Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum das denn? Hat er etwa Mundgeruch? Wer weiß, niemand hat ihn jemals gesehen, noch kennt man seinen wirklichen Namen, Sheriff Und Sie sind ihm auf die Spur gekommen, ja? Das könnte man sagen, Sheriff Wenn Sie noch nicht mal wissen, wie er aussieht, woran wollen Sie ihn dann erkennen, wenn Sie ihm zufällig begegnen? An seinem minzfrischen Atem Slumber will rauchen, spucken und streiten verboten, Krach und Geschrei ebenfalls Fluchen verboten Was sagst du dazu? Ich bin allem Neuen aufgeschlossen Ich spendiere dir ein heißes Bad und ein paar Haferflocken Nimm du mal auch ein Bad, du riechst schon ein bisschen streng Entschuldigen Sie vielmals, Sir Ihre Filzbuschen, Vorschrift des Hauses Limonade, geschüttelt, nicht gerührt Solch scharfe Sachen bekommen Sie bei uns leider nicht, Mister, aber wie wär's mit nem Tee, vielleicht Kamille? Nein, dann schon lieber Hagebutte Sagen Sie, brauchen Sie das Ding da wirklich? Ich könnte es für Sie aufbewahren Wir haben es nicht gern, wenn die Leute bewaffnet herumlaufen Keine Chance, von der trenne ich mich nicht Hübsches Städtchen hier, auffallend sauber So mögen wir es Und Sie kommen wegen Offen gestanden suche ich einen guten Bekannten Es gibt jede Menge freundlicher Menschen in Slumberville Mein Freund isst dauernd diese Bonbons, Sie haben ihn nicht zufällig gesehen? Extra stark wohl ein ganz übler Desperado Ah, Besuch Herzlich willkommen in Slumberville Danke Willow Wollepulli, Polizeiobermeister der bravsten Stadt im Wilden Westen Haben Sie vor, das Ding zu benutzen? Rein theoretisch nein Das ist gut, wir Slumberviller sind voller Misstrauen gegenüber Schusswaffen Wie Sie sehen, trage nicht mal ich eine Sie kommen wahrscheinlich... Äh, gibt's in Ihrem Wolkenkuckucksheim sowas wie eine Bank? Am Ende der Straße, man kann sie nicht übersehen, das Dach wird eben repariert Falls Sie Ihren Revolver dort deponieren wollen, ich könnte ihn auch aufbewahren Danke, ich käme mir ohne ihn nackt vor Guten Morgen, Mister, Entschuldigung, ich war oben auf dem Dach Das habe ich gesehen, haben Sie etwa einen Dachschaden? Wie soll ich das verstehen? Ach, äh, das Loch, äh, das hat nichts zu bedeuten Aber Sie bringen mir sicher, ähm... Haben Sie viel Geld in dem Safe da drüben? Ob wir da Geld... Oh nein, wir haben niemals Geld im Haus, müssen Sie wissen Aber wenn Sie Ihre Waffe zur Aufbewahrung geben wollen... Nein, vielen Dank, vielleicht später Hier ist alles ziemlich schräg, alter Junge Zu trinken kriegst du hier nur Tee, ein Polizist ohne Revolver, eine Bank ohne Geld 10 Dollar, dass er die Bank trifft Gut, dann steht's 5 zu 1 für die Kirche Oh nein, 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 bitte nicht schon wieder Bingo! Gut überstanden, Herr Pfarrer Keinen Kratzer abbekommen, Bertha Sehen Sie, mein Freund, wenn man eine Waffe mit sich herumträgt, ist die Versuchung groß, sie auch zu benutzen Was war das da, Wollepoli? Nun, das da... das da war unser Pfarrer Traugott Liebermann Unser altehrwürdiger Priester in seiner fliegenden Maschine Es scheint, habt ihr alle hier ein Rad ab Mag sein, aber dafür beschützen wir unsere Verrückten auch vor Fremdeinwirkung und Gewalt Bitte legen Sie das ab, bevor Sie noch jemandem wehtun Na, so ein klägliches Gepfeife lässt nicht viel Gutes vermuten Darf ich einen Schluck Orangenblütenwässerchen gegen Stress empfehlen? Ich möchte Pfefferminztrops, diese Marke hier Frische Brise, warten Sie Natürlich, hier haben wir sie Verkaufen Sie die viel? Nein, so gut wie gar nicht, viel zu starker Tobak für die Leute hier Aaron, eine Flasche Jotinktur bitte, viel Verbandszeug und eine Flasche von dem Kampferbalsam da Ah, willst du ihn vor dem Testflug bandagieren, was, Bertha? Schweig still, Aaron-Honigtropfen, du weißt doch, dass die Wände hier Ohren haben Dann noch sechs Dosen frische Brise Pfefferminzbonbons für den Baron Die frische Brise scheint sowas wie ein Renner zu werden Wer war die denn? Bertha, Wirtschaftlerin bei unserem Pfarrer Liebermann Machen Sie die nicht misstrauisch, die wittert sowieso schon überall Spione Wieso Spione? Oh, da möchten sich viele die Flugmaschinen von unserem Pfarrer mal näher ansehen Jetzt fragen Sie mich aber bitte nicht, wieso Ich persönlich hab mein Dach schon 75 Mal reparieren müssen Inzwischen landet er Gott sei Dank immer öfter auf der Bank Was hab ich Ihnen zum Thema Waffen gesagt? Wer eine hat, zieht sie auch und drückt sie irgendwann ab Die konfizziere ich für die Dauer ihres Aufenthalts Ja, Sie wünschen? Ich möchte gern zu Herrn Pfarrer Traugott Liebermann Sie sind Journalist, ja? Sehe ich so aus? Also Spion, machen Sie, dass Sie wegkommen Nie im Leben werden wir rechtzeitig fertig, Herr Pfarrer Nur ruhig Blut, Baron Rom Wurde auch nicht an einem Tag erbaut Mag sein, aber uns bleiben nur noch 48 Stunden Wenn ich nur daran denke Oh, hebt sich mir der Magen Wollepulli, ich brauche meinen Revolver Sie wollen uns schon wieder verlassen? Ich muss einen gefährlichen Kriminellen festnehmen Der sich bei Ihrem fliegenden Pfarrer eingenistet hat Ist doch lächerlich Der Pfarrer hebelt zwar die Gesetze der Schwerkraft aus Aber nicht die Bürgerlichen Sie nennen ihn zwar den Baron, aber er ist der König der Verbrecher Hoppla, wollen Sie einen Adligen zum Kriminellen machen? Die frische Brise hat ihn verraten Ich frage mich, wer verrückter ist Wir oder Sie, junger Mann Gehen wir raus, bevor das Dach uns unter sich begreift Es gab immer wieder Menschen Die konnten nicht widerstehen Die versuchten, den guten Pfarrer vom Himmel zu holen Siehe die vielen Kanonen im Tresor 50 Dollar auf die Bank Ich bleibe bei der Kirche, 30 zu 1 Wunderbar, das investiere ich in einen neuen Rollstuhl Was sollen wir tun? Die Leiter ist viel zu kurz Keine Sorge, den kriegen wir runter Aua! So viel steht fest, das ist gebrochen Der Pfarr zum Himmel ist mit Knochenbrüchen gepflastert Das muss jetzt einen Monat in Gipsen, mein Freund Was, einen Monat lang, wo in 48 Stunden alles auf dem Spiel steht? Ich brauche einen Piloten Traust du dir das zu? Nee, da muss ich passen Meine lieben Schäfchen, wer springt für euren Hirten ein? Gut, ich mach's Nimm Ihnen die Waffen weg und sie drehen komplett durch Na wunderbar, Sie haben also auch den Ruf der Wolken vernommen, ja? Das kann auch nicht schwerer sein, als einen bockenden Stier bei einem Rodeo zu reiten Dann machen Sie sich mal auf den Ritt Ihres Lebens gefasst Hier, hier und los! Stehen Sie es nicht, vergibt's mich ja dauernd Ich muss ihn noch mit meinem Hausdrachen bekannt machen, der gestrengen Bertha Ohne Sie und meinen Mechaniker wäre ich aufgeschmissen Lucky Luke, einsamer Cowboy Behauptet er, vielleicht ist er ein Spion? Ein Spion? Höchst amüsant Oh, pardon, Baron von Flaps, der mich großzügigst fördert Baron, Sie haben's gehört, ich habe Lucky als Testpilot angeheuert Baldwin von Flaps, stets zu Diensten Sie fliegen auch, Baron? Wer, ich fliegen? Ja, um Himmels Willen, ich bin von Höhenangst geschüttet Was ist los? Da hat er sich wieder auf was eingelassen Wenn Sie daran ziehen, öffnet sich das Ventil, das den Propeller in Bewegung setzt Öffnet sich das Ventil nicht, fangen Sie an zu beten Lassen Sie sich keine Angst einjagen, mein Lieber Mein Kelvinobter ist absolut zuverlässig Ach wunderbar, und schön im Rhythmus bleiben Und immer ziehen und ziehen Na bitte, Sie haben's doch schon gestallt Und ziehen und ziehen und ziehen, 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 ziehen Schon ist das Dach wieder wie neu Nein, bitte nicht Oh, vielen Dank Dank, immer wieder Dank Ja, was sollte das denn? Keines der blöden Dächer ist zu Bruch gegangen Mist Das war fantastisch, mein lieber Freund Sie sind der geborene Astronaut Der berühmte Looping-Loop-de-Loop Haben Sie keinen Hunger, Baron? Hunger? Wo der große Tag so kurz war, bevor es stinkt? Was soll an dem großen Tag überhaupt passieren? Da wird mein Kelvinobter offiziell vorgestellt Drüben in Vorbeek Vorbeek? Ja, dem wichtigsten Militärstützpunkt unseres Landes Wenn der Probeflug ohne Probleme über die Bühne geht Will die Armee unsere Arbeit finanzieren Stimmt's, Baron? Ja, falls, wie gesagt, der Flug ein Erfolg wird Erst pumpen, dann öffnet sich das Ventil und bringt den Propeller in Schwung Dann weiter pumpen und pumpen und pumpen und pumpen Habe ich sie doch erwischt Wieso? Ich übe nur, ich muss mich an die Höhenluft gewöhnen Das wird ein Bomben-Erfolg Sie sind wirklich ein Ass-Loop Aber was, das lernt man doch schnell Na, Baron, wie wär's mit nem kleinen Rundflug? Ich... Dafür sollte man wissen, wie viel Gewicht das Ding trägt Sie glauben, dass das nötig ist? Ja, sehen Sie, ich brauche... Ich meine, die Armee braucht einen Flugkörper, der unbedingt schwere Lasten tragen kann Als da wäre... Tja... Ich stimme dieser Prozedur nicht zu Ich ebenso wenig Sie müssen nichts tun, das Ding fliegt praktisch von selbst Versuchen Sie's doch mal Unterstehen Sie sich, mich dazu zu zwingen Oh, 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 oh Oh, 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 da sieht aber einer sehr viel grüner als für gewöhnlich aus. Nennen wir den den Grün. Einen roten Baron gab's ja auch. For a big. Kein Schritt weiter. Stehenbleiben sofort. Ich muss mit Ihrem Kommandanten sprechen. Ich störe doch meinen Kommandanten nicht für jeden nixbeliebigen Mann. Ich würde sagen, zieh schnell wieder alleine, Cowboy. Sagen Sie ihm, Lucky Luke ist da. Das sagt mir gar nichts. Hau schon ab. Ich bin der neue Testpilot von Pfarrer Traugott Liebermann. Ja, klar. Und ich bin Prinzessin Maria von Rumänien. Jetzt mach schon ne Fliege. Hopp! Was für ein liebenswerter Zeitgenosse. Ja, wie der erst sein mag, wenn er schlecht geschlafen hat. Sieh mal, Zivilist. Oh, hallo, wie würd' ich mich freuen, wenn ich auch krank wäre. Aber leider ist das hier. So, sieh mal, Zivilist. So was kriegt man hier vor, bieten hier alles heil zu sehen. Noch ein Bier, ja? Hey, erzählen Sie noch ein bisschen. Psch, alles streng geheim hier. Und was? Wollen wir trinken, Partner? Psch, streng geheim. Hey, Barmann, für ihn noch ein streng geheim. Und so kam es, dass das alberne kleine Stutfohlen die ganze Kavallerie zum Johlen brachte. Los geht's. Ich glaub, ich weiß jetzt, was gespielt wird. Hopp! Hopp! Danke, Jolly. Du hast echt ne Menge versteckter Talente. Ich versuch's gar nicht erst. Nochmal krieg ich das bestimmt nicht hin. Der Kerl ist damit auf und davon. Er kommt nicht weiter mit, Herr Pfarrer. Wer, der Baron? Ja, warum sollte er das getan haben? Weil er Dark Peppermint ist. Wie bitte? Der König der Bankräuber. Das hier beweist es. Hören Sie, ich tappe da völlig im Dunkeln. Falls Sie es nicht wissen sollten, in Four Big lagern die Geldreserven des ganzen Landes. Es ist ein gut gehütetes Geheimnis. Viele Millionen Dollar in neuen Scheinen sind in den Tresoren versteckt. Der Baron hat mich getäuscht. Vermutlich war auch seine extreme Höhenangst nur gespielt. Du meine Güte, was können wir nur tun? Die Antwort hängt da oben. Sie schaffen das, Lucky Luke! Möge Segen auf Ihren Flügeln ruhen, Lucky Luke! Ich rate dir noch zur Vorsicht. Die Stabilisatoren sind instabil. Hüah! Ja! Das war's für heute. Mein schönes Geld, es war alles umsonst! Das kann nicht sein! Für den König der Bankräuber sind Sie ziemlich erbärmlich aus, Peppermint. Ich habe das Gefühl, als müsste ich gleich... Wer ist der grüne Kerl hier? Ein Marsmensch. Über den Besuch wird sich Ihr Kommandant sicher freuen. Mein lieber Luke, Sie haben mir die Augen geöffnet. Jetzt weiß ich, wie gefährlich meine fliegenden Maschinen sein können. Ich werde wohl die Fliegerei aufgeben. Die Dächerslumberwills danken es Ihnen. Und werden Sie den Revolver in Zukunft zu Hause lassen? Wenn es die Ganoven auch tun, ganz bestimmt. Aber vorsichtig damit! Wissen Sie was, Wollepulli? Ich denke, ich werde ab sofort mein Leben einer Aufgabe widmen, die der Menschheit mehr Vorteile bringt als die Fliegerei. Ach ja? Und das wäre, Herr Pfarrer? Jetzt kommt die Kernspaltung auf den Prüfstand. Ich bin ein Wolle, 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 Wolle. Ich bin ein Wolle, 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 Wolle. Ich bin ein Wolle, 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 Wolle. Ich bin ein Wolle, 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 Wolle. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wolle, 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 Wolle. Wovon der Dorton-Plan ein Liedchen singen kann. Wolle, 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 Wolle. An ihn kommt keiner ran. Musik Er ist eine, eine lebende Legende, mein lieber Luke. Welch eine Ehre für die Stadt. Jep. Ich weile bestimmt mal wieder Rotz und Geifer vor Rührung. Da kommt er, da kommt er. Musik Ich dachte, er wäre ein bisschen größer. Diese Trauer umflorten Augen. Vermutlich kommt er von einer Beerdigung. General Custer, die Stadt Nothing Gulch verneigt sich untertänigst vor einer so außergewöhnlichen Person. Heraus und hervorragend. Eine lebende Legende und dazu noch eine der letzten Naturblonden. Verzeihung, das muss die Begrüßungsrede für Miss Kitty sein. Nein, nein, keine Blumen, bitte. Der General ist allergisch. Jeder tapfere und heißblütige Bürger von Nothing Gulch wird mir zustimmen, wenn ich sage... Danke, tolle Rede. Es geht noch weiter. Meine Herren, anwesende Weibsbilder. Ich weiß, was euch durch den Kopf geht. Ihr habt die Nase voll von den halbnackten, lauten Rothäuten. Ihr seid es leid und wollt das nicht mehr länger hinnehmen. Darum werde ich sie dahin schicken, wo sie herkommen. Nach Frankreich! 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 Pardon, General, aber wir kommen bestens zurecht mit den hier ansässigen Stämmen. Sie sind friedlich und... Reden Sie keinen Quatsch. Friedliche Rothäute gibt es nicht. Durchtrieben wie die sind, haben sie euch doch über den Tisch gezogen. Jupp. Die Legende lebt, aber das Gehirn hat sich verflüchtigt. Ich werde ihm wenigstens mein Beileid ausdrücken. Hä? Sie haben mein tiefstes Mitgefühl, Sir. Rantanplan, komm her. Rantanplan? Welch nobler Name. Diese Augen sprühend vor Intelligenz. Ein besseres Maskottchen für meine Kavalerie könnte ich gar nicht finden. Warum beleidigt er mich jetzt? Die Trauer überwältigt ihn. 13. Kavalerie folgt mir auf dem Fuß, äh, auf dem Pferd. Und aufgesessen! Das ging daneben wie eine verpatzte Schulaufführung von Chorus Line. Es wird Zeit, dass wir unserem alten Freund, Häuptling Ehrlicher Adler, einen Besuch abstatten. Friedliche Indianer. Und wem habe ich das zu verdanken? Das hat er mit Absicht gemacht. Rant schickt mich in die einzige Gegend des Wilden Westens, wo friedliche Indianer hausen. Er weiß ganz genau, wenn ich noch mehr Rotheute in die Flucht schlage, bin ich die Nummer 1 unter den Generellen. Der Kerl hat Angst. Ulysses S. Grant hat die Hosen gestrichen voll, so wie ihm General George R. Custer einfällt. Der ihm das weiße Haus trittig machen könnte. Grant ist eine Pfeife. Grant ist eine Pfeife. Grant ist da. Ja, bitte. General, das Regiment zur Inspektion angetreten, Sir. Präsentiert das Gewehr! Eins kann ich meinem Bruder mit dem reinen Herzen und dem schicken Halstuch versichern. Es ist schon Monate her, seit mein Stamm den Tomahawk gegen den Spaten eingetauscht hat. Unsere wilden Krieger sind zu friedlichen Bauern und Gärtnern mutiert. Und mit Hilfe des schamanischen Regenmachers haben wir die Wüste in blühende Landschaften verwandelt. Leider verwechselt er sehr oft den Tanz des Windes mit Regentanz. Inzwischen beliefern wir schon sechs Staaten mit unserem Gemüse. Und es ist Qualität, wo nie lächelnder Stamm draufsteht. Ja, ja. Das Dumme ist nur, dass Kasta kein Vegetarier, sondern ein blindwütiger Totschießer ist. Oh, das putzt ungemein. Wir müssen ihn nicht fürchten, diesen blindwütigen General. Wir sind nämlich Gemüse-Exklusiv-Lieferanten für Fort Smith. Wie war das? In diesem Eintopf ist indianisches Gemüse? Aber sicher, mein lieber General, wir alle hier essen das Gemüse des No-Fan-Stammes. 100% biologisch-dynamisch. Jetzt rechts wir aber. Ab sofort kommt mir nur noch staatlich geprüftes Gemüse aus den Beständen der Dynamischen Armee auf den Tisch. Bitte zu bedenken, Sir, das Gemüse käme dann aus Minnesota. Ja und? Haben Sie was gegen Minnesota? Absolut nicht, aber es müsste quer durch die Wüste bei brüllender Hitze. Da gehen die Vitamine flöten und wir werden alle an Skorbut erkranken. Dann bekommen wir eben alle staatlich geprüften Skorbut. Das ist doch nicht alles, mein General. Wenn man versucht, sie zu öffnen, explodieren die Dosen. Besonders die mit Bohnen, Sir. Biologisch-dynamische Tomaten, nur hier bei uns. Ich war vor Ihnen dran. Ab sofort verstößt der Erwerb indianischen Gemüses gegen das Gesetz. Dafür verlange ich aber eine Erklärung, lieber Freund. Seit wann werden Befehle denn erklärt? Aber die Lizenz für den Gemüseverkauf stammt von mir. Und es gibt keinen Grund, den Verkauf des Gemüses zu verbieten. Keinen Grund, sagen Sie? Ja, seid ihr denn blind? Seid ihr zu dumm, die Rothäute zu durchschauen? Sie wollen nur Gemüse verkaufen. Gut ausgedacht. Gemüse. Raffinierter geht es wohl nicht. Wenn dem Verkauf indianischen Gemüses kein Einhalt geboten wird, wird man es bald überall essen. Von Küste zu Küste bauen die Rothäute ein blühendes, biodynamisches Imperium auf. Reich und mächtig sind sie und zwingen unsere von Dosenfraß und Chemie geprägte Esskultur in die Knie. Was wird dann aus uns werden? Wir müssen den auf pflanzlicher Basis beruhenden Angriff auf die uns liebgewonnenen Werte im Keimer sticken. Hast du verstanden, worum es ihm geht, Thilonius? Ja, der Kerl kann Tomaten nicht ausstehen. So geht's mir mit Steckrüben. Die rumpeln mir tagelang durchs Gedan. Käpt'n! Der Gemüsestand wird geschliffen! Männer, ihr habt den General gehört! Gemüsestand schleifen! Befehl ausgeführt, General! Und ich möchte keine Rothaut mehr in dieser Stadt sehen. Ehrlicher Adler findet es immer schwieriger, nicht zu explodieren. Ganz ruhig bleiben, Häuptling. Ich werde einen kleinen Plausch mit unserem äußerst reizbaren Freund haben, sobald man ihn trockengelegt hat. Was man sich alles bieten lassen muss. Ich könnte schwören, dass ich den Kerl schon mal gesehen habe. Rantam Plan vergisst nie ein Gesicht. Cochise, Geronimo, Sittin Bull, natürlich! Meinetwegen treffe ich mich eben mit Ihrem ehrlichen Adler. Sie werden es nicht bereuen, Ge- Was ist passiert? Der Koch wollte soeben eine Büchse Boden öffnen, General! Also, äh, sagen wir übermorgen früh um 7.17 Uhr vor den drei Kakteen. Einverstanden? Dieser wundervolle Hund gehört Ihnen, stimmt's? Genau. Oder sagen wir, er adoptiert mich hin und wieder. Im Kopf hat er leider nichts. Soll das heißen, dass er einen Kopf hat? Das also ist die Ausbuchtung über seinem Halsband, ja. Er heißt Rantam-Pangelang, nicht wahr? Nein, Sir, Rantam-Plan. Klingt ja noch viel hübscher. Hättest du Lust, ihm vorzubleiben als Maskottchen meines Regiments? Niemals! Suchen Sie sich einen anderen Dummen, der Ihnen die Stellung hält. Mir wird schon was einfallen, ihn irgendwann umzusteppen. Ja? Arbeit, Brotzeit! Sieht fast so aus, als wollte Rantam-Planter jetzt doch bleiben. Kompanie, Dosen öffnen! Volle Deckung! Sehr schön, so bitte nicht bewegen. Bei solch Blitzen warte ich immer drauf, dass es donnert. Für das Protokoll möchte ich darauf hinweisen, dass ich wild entschlossen bin, euch Indianern reinen Wein einzuschenken. Ich stelle nur eine Bedingung. Ihr Stamm wird kein Gemüse mehr anbauen. Sollen Sie etwa verhungern? Die Armee wird Sie mit Lebensmitteln versorgen. Wir haben Riesenvorräte an Dosengemüse. Machen Sie so weiter, Sir, und die Nofan-Indianer sind auf dem Kriegspfad. Ihr Gemüse ist eine subversive Waffe, Mann! Ehrlicher Adler ist friedliebender Mann, will nicht mit Bleichgesichtern kämpfen. Habe zum Beweis unseren treuen Schamanen mitgebracht. Er wird aufgeregte Gemüter mit Friedenstanz beruhigen. Das war Nieselregentanz und jemand kriegt großen Ärger, wenn er nur weiter Mist baut. Was für eine dummgereiste Bande von nichts können... Das habt ihr mit Absicht gemacht. Das war eine eindeutige Aggression, meine Herren! Kapieren Sie es doch endlich. Die wollen keinen Krieg. Ich galoppiere, wenn es sein muss, bis nach Washington, um das klar zu machen. Na, das Klappergestell möchte ich mal galoppieren sehen. Ah, ja, 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 ist ja gut. Hören Sie schon auf zu pinseln! Der hat mal wieder eine Laune. Ihr Fleischfresser seid alle so aggressiv. Das nennen Sie Gurken? Die wirken aber sehr prähistorisch. Wir dürfen doch kein Gemüse mehr von den Indianern kaufen. Das habe ich aus Washington kommen lassen und ehe es hier war, war es verschrumpelt. Und das? Sollen das rote Paprika sein? Nein, das sind in der Wüsten so eine gedörte Karotten. Das vergammelte Zeug würde ich nicht essen und wenn ich es geschenkt bekäme. Alles, was ich brauche, ist ein guter Vorwand für den Krieg. Und dann, dann werde ich unbarmherzig zu... Ja, was ist? General, hier ist die Flagge geschmackt mit dem neuen Maskottchen, wie Sie es befreuen haben. Ach ja. Ach, das haut einen nicht vom Hocker, jetzt wo die untere Hälfte von ihm fehlt. Fehlen! Ja klar, das ist es doch. Ich behaupte ganz einfach, dass dieser wundervolle Hund von den Indianern entführt wurde. Ein genialer Plan, um den mich Alexander, Cäsar und Napoleon beneidet hätten. George Armstrong-Caster, du bist umwerfen. Oh! Was war das denn? Gewächse Leipziger Analyzer! Für gewöhnlich bekomme ich mein fressenden Lapf serviert. Rantanplan, spiel mit den Indianern! Na mach schon! Hau ab, Hund! Er macht den großen Zampano. Hm. Rantanplan, bleib jetzt schön, wo du bist. Ich soll mit den Indianern spielen? Okay. So ist das bei der Armee. Die Befehlshaber wissen nie, was sie wollen. Maskottchen, der 13. Kavalerie vom Naufahnstamm entführt. General Caster bereitet überraschenden Vergeltungsschlag vor. Ich sehe, dass den Artikel General Caster höchstpersönlich geschrieben hat. Nein, mein Bruder, niemand hat dummen, hässlichen Hund entführt. Und ist heute Morgen ganz von selbst zu uns gekommen. Ich bin sicher, dass Caster das ausgebrütet hat. Ich weiß nur nicht, was er damit bezweckt. Oh Mann, da ist Gary Cooper! Wäre es möglich, ein Autogramm zu bekommen? Wenn es stimmt, was in der Zeitung steht, dann greifen die morgen früh an. Bleibt uns noch die Nacht. Kluge Männer und hellsichtiger Hund entwickeln schlauen Plan in Nullkommanix. Und niemand soll in unserer Abwesenheit das vorbewachen, General? Nein, weil ich bei diesem Kampf alle bis auf den letzten Mann brauche. Außerdem wird es euch allen gut tun, wenn ihr euch mal wieder den Hintern wund reitet. Keine Menschenseele da, General! Wie? Ausgestorben, General! Welter Gehorsams, das Dorf ist verlassen worden, Sir! Da sieht man, was das für verräterische Hunde und falsche Schlangen sind! Von wegen, ehrlicher Adler, falscher Bussard! Setz die Gemüsefelder in Brand! Leicht gedünstet schmeckt's vielleicht gut. Mein Fohr! Sie haben mein Fohr eingenommen! Captain! Oh, da findet ne Parade statt! Darf ich gucken? Ja? Darf ich? Darf ich? Hornest zum Angriff blasen! Fertig? Fertig, mein Bruder! Feuer! Was kommt da? Hilfe! Ich bin blind und Spinner! Das hab ich schon als Kind nicht gemocht! Der General ist getroffen worden! Er liegt in seinem Blut und da! Sie haben ihn umgebracht! Nein, Georgie! Ravioli! Ravioli? Ravioli mit Pilzen gefüllt! Meine Herren, wir werden die Bande aushungern! Ich hoffe, die wissen, dass ein Hund nicht allein von Spinat lebt! Lebensmittel, um die Belagerung durchzustehen, haben wir! Nur das Wasser wird knapp! Wasser ist kein Problem, Bruder! Edler Schamane wird sehr erfolgreich Regentanz aufführen! Er wird Himmel befehlen, seine Schleusen zu öffnen! Den Indianern läuft das Wasser im Mund zusammen! Was gibt's denn heute? Geschmorten Kaktus, Wüsteart! Hm, mir wären explodierende Bohnen jetzt sehr willkommen! Die Welt steht Kopf! Normalerweise hungern die Belagerten, hier schieben die Belagerer Kohldampf! Tja, das Problem ist eben, die Dosenvorräte sind in Frau Kaster geblieben! General! Und wir sitzen mitten in der Wüste, General! Ah, Sie, Captain, Ihr Rapport! General! Der Bürgermeister von Nothing Gold hat sich mit Respekt ihre Bitte um Proviant angehört, will ihr aber nicht entsprechen! Er meinte, Sie könnten ja am Daumen lutschen, Sir! Sobald ich Amerika von den Indianern befreit habe, säubere ich es von sämtlichen Bürgermeistern! Meine Herren, wir brauchen unbedingt Verstärkung! Und wascht gefälligst eure stinkigen Klamotten! Das Wasser ist auch bei denen knapp, aber trotzdem waschen sie ihre Uniform! Wenn Kaster so viel daran liegt, dass seine Leute einen guten Eindruck machen, wird er wohl Verstärkung holen wollen! Mhm, ich verlasse mich auf großen Bruder und seinen schlauen Kopf! Er hat bestimmt schon einen tollen Plan! Ich hab's! Okay, meine Brüder, ausziehen! Verzeihung, Generals Herr, für abrupte Schlummerunterbrechung! Aber wir haben ein Problem! Und das, General, ist leider noch nicht alles, Sir! Was hat das zu bedeuten? Die erwarten doch hoffentlich nicht von uns, dass wir herumlaufen sollen wie die Wilden! Dürfte ich meinen Schamanenbruder jetzt um die Ehre des tiefgefrorenen Tanzes bitten? Schon wieder eine neue Tanzmode! Was erfinden die wohl als nächstes? Selbst du, Stümper, hast wohl gemerkt, dass das eben der Feuertanz war, hab ich recht! Hm... Ah! Schon sehr viel besser! Generale, selbst wenn uns jemand dabei ertappen sollte, lassen Sie uns um Himmels Willen die Indianerklamotten anschieben! Nein, niemals! Darüber lacht sich Mami tot! Anscheinend haben die Indianer das vor im Sturm eingenommen! Herr Fotograf, halten Sie bitte die Szene für die Nachwelt fest! Präsident Grant kommt total unfähig im General Custer zu Hilfe! Das Licht dürfte perfekt sein! Die Sonne bitte auf meine Schokoladenseite, Jan! Captain, stoßen Sie ins Horn! Die Verstärkung ist da, General! Ja, sind die denn völlig verblödet? Die greifen uns ja an! Hey! 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 Mein Bruder soll Generalwirt nicht mehr Cowboy sein! Ne, wirklich, da bin ich nicht der Typ dafür! Die müssen ja um 5 Uhr aufstehen! Ihr wart echt ne tolle Hilfe! Selbst das Soldatenleben beflügelt ein Scherz, aber was hat sie bewogen, sich als Indianer zu verkleiden, George? Herr Präsident, ich bitte um ein freundliches Lächeln! Halt! Stopp! Das wär ein gefundenes Fressen für die Presse! Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir! Grant überfällt eigene Truppen beim Kostüm fest! Mit General Custer, der Lach nun mal als ehrlicher Adler! Herr Präsident, ich komm mit einer Botschaft von Häuptling ehrlicher Adler! Was ihn angeht, meint er, wäre hier nichts passiert! Da hat er absolut recht! Was sollte hier auch groß passiert sein? Wer wird das abstreiten? General Custer zu allerletzt! Ihr könnt mich doch! Ab sofort Indianer-Gemüse wieder überall erhältlich! Alles darüber in der Wochenendausgabe! Wenn verehrter Schamane von heute an Regen- und Feuertanz nicht mehr durcheinanderbringt, fahren wir, was vor allem die Tomaten betrifft, ein Rekordernte ein. Ehrlicher Adler muss ich wegen Großsprecherei bei... Wenig später wurde Custer Oberbefehlshaber der bekannten siebten Kavallerie und somit via Little Bighorn in die Geschichtsbücher katapultiert. Die sind 10 zu 1 in der Überzahl, aber was soll's! Ich meine, was rechten Pfeile schon gegen Musketen und Gewehre aus! Attacken! Hey, 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 hey! Au! Abi! I'm a bold-onsum cowboy B Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hör auf, du redest ja schon wie unsere Mutter. Warum gebt ihr uns keine Leiter? Um euch die Flucht zu erleichtern. Ich bin doch nicht bescheuert. Hey, Bob. Probier mal die Weihnachtsbralinen. Ein wahrer Gaumenkitzel. Mit einem Hauch von Ruppen? Du sagst es, mein Lieber. Das ist der Kick. Gibt's davon noch ein paar mehr? Na los, macht weiter. Was soll das werden, Joe? Jetzt steht nicht rum und glatzt. Helft mir! Ich sag dir was, Bob. Das sind echte Männerpralinen. Der Fusel drin haut einen fast um. So, das hätten wir. Wenn der Weihnachtsbaum nicht zu den Dortons kommen will, kommen die Dortons eben zum Weihnachtsbaum. Ja, genau. Joe, du bist ein Genie. Avril, die Girlande, bitte. Hm? Sieh mal, was macht der da? Avril, lass das. Wir fliegen hier in Homeboy. Na, von der Flucht wird man noch lange reden, hä? Meine Art, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Wollt ihr euch nicht dafür bedanken? Halt die Klappe, Avril! Da will ich mich mal wieder in meine Pflichten stürzen. Wo stecken denn die Dortons? Sind die schon wieder ausgebrochen? Nicht bloß das, die haben auch unseren Christbaumschmuck mitgehen lassen. Da werden wir wohl den guten Lucky Luke kommen lassen müssen. Nee, den können wir unmöglich stören. Wir werden doch einem einsamen Cowboy nicht das Weihnachtsfest versauen. Schatz, ich kann's kaum erwarten, zu den Armen zu kommen. Aua! Lass sehen, Jolly Jumper, wir machen uns ein richtig gemütliches Cowboy-Weihnachten. Ich rieche jetzt schon den Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Ah, da sind Sie ja, Lucky Luke. Sie kommen doch heute Abend zu unserer kleinen Weihnachtsfeier. Wissen Sie, Herr Bürgermeister, ich wollte eigentlich... Nein, bitte nicht, Sie werden uns nicht schon wieder eine Aburtein. Kommt nicht in Frage, ich bestehe auf Ihre Anwesenheit. Es ist nur so, mein Pferd und ich... Ach was, Pappala Papp. Letztes Jahr, glaube ich, waren Sie hinter Billy the Kid her und vor zwei Jahren war es Jesse James. Dieses Jahr wird keine Ausrede akzeptiert. Außerdem hat Margaret extra für Sie einen leckeren Kuchen gebacken. Wie die Mutter, so die Tochter, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also dann, abgemacht. Neun Uhr. Und versuchen Sie pünktlich zu sein. Ja, äh... Dann bis heute Abend, Mr. Luke. Und Krawatsch, schon war die Falle über dem einsamen Cowboy zugeschnappt. Uh, keiner kann den Schneeball schneller werfen als ich zwischen Oklahoma und Rio Grande. Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, Sie sind Schnee von gestern, Luke. Zu meiner Zeit hätte man Rüppeln wie dem eine Abreibung im Schnee verpasst. Steve! Vielleicht habe ich ja Glück und die Dortons brechen heute Nacht aus. Nachdem die ersten Leute ein paar Schlückchen von dem Kaktuswasser getrunken hatten, gab es einen Aufstand und sie federten und teerten Francis und Bartholomee. Und Wesley hat mir erzählt, dass Gourmino, der Apachenhäuptling, schon nach dem ersten Schluck von dem Fuse losgezogen ist und das Kriegsball ausgegraben hat. Was denn das für ein komisches Geräusch? Das nennt man Glück. Euch armen Schweinen muss ja das Gehirn schon eingefroren sein. Seid froh, dass ihr auf uns gestoßen seid. Danke ganz unsererseits. Das sind die Dortons! Averill, habe ich nicht gesagt, du sollst die Pakete wegschmeißen? Du kannst von mir nicht verlangen, dass ich die armen Kinder um ihre Freude bringen soll. Was hast du vor, Joe? Hm, wir gehen unauffällig rüber zur Bank und rauben sie aus. Was hast du mit unauffällig gemeint? Siehst du nicht, wie uns alle anstangen? Und warum? Weil sie uns für Weihnachtsmänner halten. Wir müssen nur lächeln und winken. Los, ihr Pfeifen, macht ein freundliches Gesicht. Wie doch nur, Steve. Eine Weihnachtsmann-Parade. Hallöchen! Na, mein Kleiner, was möchtest du dem Weihnachtsmann sagen, hä? Dass er ein Trottel ist. Dasselbe gilt für dich und für deine Mama. Was hast du eben denn... Los, mach ein fröhliches Gesicht. Und freundlich lächeln. Ja, wem will ich überhaupt nicht? Was soll er jetzt vom Weihnachtsmann denken? Dass er mit seinem Mundgeruch einen Zug zum Entgleisen bringen kann. Jetzt, wo es der Junge sagt, merke ich auch, dass du zum Himmel stinkst. Noch ein Sneber, Steve, und ich sage es, Mami. Aber vorher legt ihn der Weihnachtsmann übers Knie. Machen wir, dass wir wegkommen. Wieso, hast du die Bank vergessen? Frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten. Sind Sie auch immer brav gewesen, Mister? Oh, ich schwör's, ich trink keinen Tropfen mehr von der Kaktuslimonade. Ich sehe alles nicht bloß doppelt, sondern vierfach. Fröhliche Weihnachten! Der Weihnachtsmann hat schon was von dem Kurzwarenladen bekommen. Na und, kann Weihnachten kann man immer wieder geben, bis es einem weh tut. Avril, tu das in deinen Kopf! Was macht denn Avril, der Idiot, da noch? Ich komme, Joe, ich komme! Ich hatte noch nur... Oh, Lucky Luke! Lucky Luke? Kurbe kratzenlos! Joe, ich glaube, er hat mich entdeckt. Was mache ich denn nun? Na blöffen, du Idiot, was denn sonst? Oh, fröhliche Weihnachten, liebe Kinder! Jetzt fang an, die Pakete zu verteilen! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Oh, danke, Weihnachtsmann! Fröhliche Weihnachten! Ach ja, wie nett von Ihnen! Ich habe auch was für Sie. 30% Rabatt auf jeden Sarg Ihrer Wahl. Wir sehen uns ja heute Abend um 9 Uhr. Margaret wird neben sich stehen. Besser, sie steht neben sich als neben mir. Joe, ich bin doch noch nicht fertig mit Geschenke verteilen! Oh Mann, du bist als Weihnachtsmann noch dämlicher als sonst! Oh, Joe! Jetzt werden wir gleich wissen, ob die Verteilung wie geplant vonstattengegangen ist. Oder ob die Pakete wieder in die Schlucht geschmissen wurden, wie letztes Jahr. Man kann der Arbeiterklasse einfach nicht vertrauen. Traurig, aber wahr. Hilfe! Hilfe! Vier Weihnachtsmänner haben soeben die Bank überfallen! Nicht mal der Heilige Abend ist Ihnen heilig. Da sind zwei von Ihnen, verhaftet Sie! Aha, falsche Weihnachtsmänner! Rägt Sie auf an Ihren falschen Bällen! Ihr macht einen schwerwiegenden Fehler, Leute! Jawohl, geht man denn so mit besseren, reichen Leuten um? Rägt Sie an den Weihnachtsbaum! Jawohl, los! Unser Weihnachtsangebot mit Eichenfurnier, ausgeschlagen mit bunt gestreifter Seidung. Hängt Sie auf an den Baum! An den Baum! Hängt Sie auf an den Baum! Hängt Sie auf! Hängt Sie auf an den Baum! Hängt Sie auf an den Baum! Hängt Sie auf! Der Baum ist doch schon geschmückt genug. Guter Mann, ich bitte Sie. Die Geschmäcker der Gestäcker sind verschieden. Darf man fragen, was hier vor sich geht? Diese Männer haben die Bank überfallen. Ihre zwei Komplizen konnten fliehen. Die werden nicht lange auf einem Fuß sein! Sie sprachen eben von vier? Hier haben Sie gerade vier Pferde geklaut! Aha, danke Weihnachtsmann. Oh, die, die, da, da, die, die, da, und haben uns die Weihnachtsmannanzüge geklaut! Ach ja! Nur nicht zu überstürzen, Luke. Wie ich sehe, braut sich ein Schneesturm zusammen. Da werden auch die Dortons nicht weit kommen. Die können Sie auch nach der Party verfolgen. Ich muss tun, was getan werden muss. Lause, Bengelverwünschter! Warte, bis ich dich in die Finger kriege! Schneebleiben! Deine Tage als wandelndes Schneeballschleber! Was ist denn in dich gefahren? Jetzt komm schon, Jolly Jumper! Nur ein Masochist würde sich bei einem solchen Sauwetter in den Sattel schwingen. Apropos Sattel, wenn du brav bist, gibt's einen brandneuen? Wie tief muss man sinken, um das eigene Pferd zu bestechen? Den Sattel hatte er sowieso schon gekauft. Willst du etwa daran schuld sein, wenn die Dortons uns durch die Lappen gehen? Für wie blöd hält er mich? Es geht überhaupt nicht um die Dortons, es geht um Margaret. Ich glaube, ich spille! So ein Vollidiot! Und wieder eine Flasche! Du hast gesagt, versteck das Geld, also hab ich's versteckt! Ich hab aber nicht gesagt, dass du's in die Geschenkkartons reintun sollst! Wenn ich schon was versteck, versteck ich's gut! Irgendwann bring ich den Kerl um! Jemand muss den Karton mit dem Geld bekommen haben! Wenigstens der hat frohe Weihnachten, wenn wir schon... Ich weiß genau, das Geld war ein Geschenk vom Himmel für mich! Und dann kommt der Idiot und verschenkt es mir nichts, dir nichts! Es geht zurück nach Nothing Gardsch! Oh, oh, dieser Luke! So tapfer und so klug! Und Daddy meint, er wird schon um mich freien, weil er mich bestimmt! Muhu! Donnerwetter! Und das hat meine kleine Margaret ganz von selber komponiert! Und das wäre wahr, es gibt so wenig, was sich auf Luke reimt! Wie wär's mit dummer Spuk? Das reint sich! Aua! Ich will doch zeigen, dass ich mitdenke! Dann wollen wir jetzt zum Essen Platz nehmen! Hier haben sie's doch viel angenehmer, als wenn sie die Dortons durch den Schnee verfolgen müssten! Und da würde mein Pferd mit ihnen übereinstimmen! Besonders, weil diese furchtbaren Kreaturen bereits meilenweit weg sein werden! Die beiden da, Joe! Die haben es! Ich stoße auf deine Gesundheit an, mein kleines Täubchen! Nun, auf jeden Fall sieht die's schon mal nicht! Guck mal, Joe! Der hat von mir auch ein Paket gekriegt! Kommt nur, ihr Lieben! Kommt ins Rümmel! In dem Paket war die Knete auch nicht! Wenn da mal nicht Rattengift drin ist in dem grünen Zeug, Jungs! Warum verlasst ihr uns schon? Hab ich was Falsches gesagt? Na, macht nichts, Oskar! Lass sie laufen! Feiern wir eben allein! So wie immer! Wie ich sehe, schmeckt's! Kohl mit Schweineschmalz! Den macht mir keine besser als meine liebe Rebecca! Das glaub ich gern! Es war ganz einfach köstlich! Dann nehmen Sie doch noch mal, wenn es Ihnen so gut schmeckt! Oh nein, vielen Dank, sonst passe ich morgen nicht mehr in meine Jeans! Aber wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne meinem Jolly Jumper eine schöne große Portion bringen! Soll ihm das ruhig auch quer im Magen liegen! Das ist der Mann! Ich erkenne ihn wieder! Oh! Oh! So sieht man sich also wieder, du kleines Rüben! Schwein, los! Schneeball, bitte! Frohe Weihnachten! Das ist der mienkrieche Weihnachtsmann mit dem stinkenden Atem! Ich stampf den Lümmel in den Weihnachtspudding rein! Ganz ruhig bleiben, Joe! Wir schlappen uns das Geld und dann nichts wie weg hier! Ich frag mich, was hier drin sein mag! Von mir für dich und frohe Weihnachten! Oh, danke, Rebecca! Es wird dir bestimmt gut stehen und frohe Weihnachten! Ist der süß! Genau den hatte ich mir gewünscht! Oh, und ich bekomme endlich mal keine Unterwäsche! Und fröhliche Weihnachten, Kinder! Wo ist es? Wo kann es sein? Vielleicht können wir Ihnen ja helfen! Wir möchten endlich unser Geschenk! Du weißt doch, Joe, ja? Ich wollte einen Indianerflitzebogen mit Pfeilen und dabei einen einmaligen Schlafanzug und... Halt die Klappe, Admiral! Wo ist das Geschenk, das man Ihnen heute in der Stadt überreicht hatte? Aber das habe ich doch gar nicht mehr! Das habe ich Herrn Jett Smith, unseren Nachbarn, weitergegeben, dem Wachmann im Gefängnis! Im Gefängnis, sagen Sie! Mensch, wenn wir uns beeilen, kommen wir noch zum Absingen der Weihnachtslieder zu Recht! Ist ja schon gut! Ich bring dir ein Stück vom Kuchen mit! Was ist hier los? Die Dortens! Wo sind sie? Vor zehn Minuten verschwunden! Und warum stehen sie mit erhobenen Händen rum? Sie sagten, wie ihr bewegt euch! Wissen Sie, wo Sie hinwollten? Vermutlich ins Gefängnis! Es ging Ihnen um ein Paket, aber das gab ich meinem Nachbarn, Jettidaya Smith, dem Wachmann im Gefängnis! Nun, wie wäre es, wenn wir jetzt die Ärmchen runternehmen und ein Stück von Margarets Kuchen probieren würden? Die hat der frühe Weihnachtsmann aufgegessen! Wer kommt da? Äh, die Dortens! Wollt sicher Weihnachten unter Freunden verbringen! Furchtbar komisch! Wir wollen sofort Smith sprechen! Ich hab die Dortens ja schon oft ausbrechen sehen, aber noch nie bei dem Versuch, der Wischstier einzubrechen! Wo ist das Geschenk des Bürgermeisters? Das hab ich nicht mehr! Ich hab's weiter geschenkt an Lucky Luke! Ich hab mich damit bei ihm bedanken wollen, dass er euch so oft zurückgebracht hat! Joe! Alles in Ordnung, Joe? Na komm, sag was, Joe! Zurück nach Nothing Galsch! Joe, hörst du das auch? Das klingt wie Glöckchen! Wie Schlittenglöckchen! Solche hat der Weihnachtsmann am Schlitten! Wenn wir die hören, kann der Weihnachtsmann nicht weit sein! Ist er nicht süß, unser Kleiner? Ja, lass nur, das ist aber wahr! An dem Glöckchengeklingel erkennt man seinen Schlitten! Hör schon auf, Earl! Ihr wollt mir immer nicht glauben, weil ihr meint, ich spinne, hä? Oh, 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 und was ist das, hä? Und vergiss bitte meinen molligen Schlafanzug nicht und den Flitzebogen! Kann diese erbärmliche, hundertmal verwünschte Weihnachtszeit nicht schneller vorbeigehen? Ich frie mir hier noch den Hintern ab! Los, komm raus, Luke! Ja, ich wünsch dir ebenfalls frohe Weihnachten, Joe! Na, wo ist das Paket, Luke? Komm rüber damit, aber schnell! Das hab ich nicht mehr. Ich hab's einem blinden Bettler geschenkt. Und es gibt ihm doch einen Weihnachtsmann! Joe, mein Revolver ist festgefroren! Meiner auch, am Halfter! Und mir sind die Finger erfreundlich, oh, guck mal, ich kann sie nicht mehr gerade machen, siehst du? Du hast tatsächlich den besten Wurfarm von Oklahoma bis zum Rio Grande. Die werden Augen machen, wenn ich denen erzähle, dass ich den Weihnachtsmann getroffen habe. Ich fürchte, die Operation Weihnachtsmann war ein grandioser Fehlschlag und ist wieder mal total in die Hose gegangen, Männer. Nirgendwo im Land hörte man je wieder etwas von Kaktuswasser, aber es hatte nicht umsonst gesprudelt. Nur wenige Jahre später wurde ein brandneues, mit Kohlensäure versetztes Cola-Getränk auf den Markt gebracht. Mit Hilfe einer erfolgreichen Werbekampagne, in deren Mittelpunkt der allseits beliebte Weihnachtsmann stand. Fortan war die Welt nicht mehr dieselbe. Ich bin ein Bulldogsome Cowboy. Ich bin ein Bulldogsome Cowboy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich denke überhaupt nicht daran Was hat er gesagt? Er möchte wohl nicht, Joe Meinst du? Das wird ja immer schöner, du kommst jetzt sofort da raus, verstanden, du Zwiebelkopf? Wieso? Ich wollte erst nach dem Abendessen ausbrechen Du hast die Abstimmung 3 zu 1 verloren, raus oder ich hau dir die Kugel von meiner Kette um die Ohren Weißt du, wie ungesund eine Flucht mit leerem Magen ist? Wohin wollen wir denn überhaupt? Zur mexikanischen Grenze Wenn wir die überquert haben, kann uns Luke nicht mehr verhaften Guter Plan, Joe Ja, der wird 100 pro klappen Ja, wenn wir nicht vorher vor Hunger gestorben sind Du bist nur ein leerer Magen, aber ich bin das Hirn hier und ich sage, es klappt Na, hast du Witterung aufgenommen? Nur weil die Dortkons ausgebrochen sind, holt ihr mich vom Abendessen weg Telegramm an Lucky Luke Der findet sie im Handumdrehen So wie üblich Der Direktor hat recht, wozu regen wir uns überhaupt auf, hä? Gut so, lass mal nichts umkommen, wenigstens dir schmeckt meine Tomatensuppe Da hörst du es, die Geier warten schon auf uns Wenn es wenigstens was zu trinken gäbe, Joe Machen wir nicht mal ne Pause, Joe Ich sag's schon, wenn's so weit ist Früher oder später müssen wir doch was finden, was man ausrauben kann Ich hoffe, dass es ne Imbissbude ist Der Cowboy hat sich aber ne rassige Stute geangelt Telegramm für Lucky Luke So, jetzt reicht endlich für die Zahnspange Warte mit dem Auspusten, Jolly Die Dortkons sind schon wieder ausgebrochen Und was wird mit dem Kuchen? Kalt stellen Dasselbe habe ich mit den Dortkons vor Geh'n paar Schritte zurück, ich kann nichts hören, dein Magen knurrt so laut Aha, ich glaube, ich hör' die Postkutsche kommen Die ist noch anderthalb Meilen weg von hier Zeit genug, um sich zu verstecken Scheint eine Abkürzung genommen zu haben Joe, wir haben keine Pistolen Du hast doch ewig was zu meckern Wir sind schließlich die Dortkons vergessen Bleib stehen, Falsetto Und jetzt schön langsam runterklettern, oder? Ich puste dir die Rübe weg Wow, ein Magen voller Schinken Jetzt sag' aber nicht, ich soll vor der Pappmaché-Pistole Angst haben Sorry, Senor Ich verstehe zufällig eine ganze Menge von Pappmaché Zum Beispiel sind die Schinken in meinem Wagen Oh, oh, alles Pappmaché Oder Liebst für die Schaufenster von Fleischerei Ich hab' eine Idee Sachen gesagt, das fährt Das ist ganz bestimmt nicht aus Pappe Auf geht's, Averill Könntest du das bitte wiederholen? Was bist du für ein Vollidiot Wir hätten jetzt wenigstens ein Pferd Wenn du's nicht verscheucht hättest Da wirst du eben einspringen müssen als Pferd Klippity Club, Klippity Club Hab' ich'n Hunger Ja, vier in quergestreiften Klamotten Einer hat jetzt ne Zahnlücke von meinem Gipsschinken Das waren die Dortons Das hätte böse ins Auge gehen können, Amigo Oh, Mexikanisch-Kutscher fürchten blöde Gringos nicht Hör zu Wir machen jetzt folgendes Wir klauen einem seine Pistole Rauben die Bank aus Und dein fabulöses Abendessen ist uns sicher Könnten wir nicht mit dem Abendessen anfangen? Halt du dich gefälligst raus Vergiss nicht, dass du ein Pferd bist Hör auf zu wieren, Mann Ich hör jemanden kommen Um die Ecke, los Das wird alles sowieso nichts Ich such mir ein Plätzchen, wo ich mich lang machen kann Komisch, hier riecht's nach frischem Kuhfladen Nach Pflaumenkuchen kann's nicht riechen Oho 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 Oh, hör auf mich zu jagen Ich bin doch ein Pferd Ich glaub nicht, dass ihm das der Bulle abnimmt Oho 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 Diverse Verbrechen warten auf uns Los, kommt! Oh, ich habe mich überfressen. Wenn ich die Schweine erwische, Männer, werde ich sie zu Viehfutter verarbeiten. Worum geht's, alter Freund? Du weißt, wer Glatten der Gutsbesitzer ist. Dem haben sie über Nacht seinen kostbaren Zuchtbullen aufgefressen. El Fecundo, ein wandelnder Fleischberg, sein Lieblingstier. Ich kann Ihnen sagen, was dahinter steckt. Vier Männer, Mr. Glatten, in so komisch gestreiften Hemden. Die haben Pferde gestohlen und Pistolen und dann auch noch die Apotheke überfallen. Die Apotheke? Ja, und sie haben alles mitgenommen, was gegen Völlegefühl hilft. Naja, zu viert kann man sich an den Bullen den Magen verrenken. Die brauchen kein Pülverchen mehr, ich setze ein Kopfgeld auf sie aus. 400.000, tot oder lebendig? Sehr schön. Das klingt aber gar nicht gut. Es riecht auch nicht gerade gut. Versuch doch von dem Pülverchen, es schmeckt überraschend gut so, echt. Vielleicht sollte man Vegetarier werden. Au, au, au. Mir wird's gleich besser gehen, wenn wir die nächste Postkutsche überfallen haben. Ihre Belohnung ist viel zu hoch, Glatten. Wir kriegen dadurch nichts als Ärger, weil sie sämtliche Kopfgeldjäger im Land damit anlocken. Was glauben Sie, wie wurscht mir das ist? Spätestens bis heute Abend kleben an sämtlichen Bäumen der Stadt Steckbriefe mit ihrem Konterfeil. Und wenn ich sie habe, werden die Halunken zu Viehfutter verarbeitet. Er will schon ein Steak von einer Kuh essen, die die Dortons gefressen hat, hm? Übertriebener Fleischverzehr hat sich schon immer unangenehm auf die Manieren ausgewirkt, Luke. So, das wären dann tausend. Die schicke ich dann gleich mal Mr. Glatten. Nicht nötig. Das nehme ich Ihnen gern an. Ja, arbeiten Sie denn für Gilbert Glatten? Exklusiv, verehrtester. Ich habe ihn wieder erkannt, Boss. Das ist Klapperslange, der gnadenlose Kopfgeldjäger. Der seine Oma für fünf Dollar einen Knöscher geliefert hat. 400.000 Dollar, alter Knabe. Wenn wir die bekommen, frisst du dein Gnadenbrot auf einer Pferderange in Kalifornien. Mit Meerblick, versteht sich. Der Kleine machte gar keinen guten Eindruck. Und sie sind weggeritten, ohne was zu stehlen. Stimmt nicht. Der Große hat mein Hähnchen geklaut. Joe kotzt sich also zu Tode. Das erleichtert uns die Arbeit, Jolly. Hö, ho! Das sieht noch nicht viel besser aus. Dafür riecht es aber ein bisschen schlimmer. Also ich sag euch was, Leute. Nichts geht über eine gestohlene Hähnchenkeule. So wird das nichts. Er muss zum Doktor. Hebt ihn in den Sattel und dann vorwärts. Du klingst schon wie Joe. Du hast bloß vergessen. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Sagen Sie, guter Mann, gibt es einen Doktor in der Stadt? Das ist ja wohl nicht zu übersehen. Eindeutig überfressen. Das muss gleich behandelt werden. Lebertran, Kohletabletten, alle halbe Stunde den Finger in den Mund und eine Prise Asin. Und wenn er das nicht mag von dem Bullrichsalz, das schmeckt gut. Das Gefängnisessen bringt ihn schon wieder auf die Beine. Das ist Lucky Luke. Gib mir die Pistole und ich werde ihn... Ein Bild des Jammers. Und ziemlich übel riechend. Das war deine brillante Idee, hierher zu kommen. Halt die Klappe, Jack. Oh oh. Gibt's bald wieder was zu begraben, Doktor? Ich fürchte nein. Ohne meine Medizin dürfte er überleben. R, S, Rattlesnake oder Klapperschlange. Allzeit bereit. Keiner da. Kommt rein, Jungs. Vier Reiter, davon einer mit einem verdorbenen Magen, gefolgt von einem fünften, dem's ziemlich pressiert hat. Schnappen wir sie. Er sollte was essen. Das ist bei Übelkeit immer noch die beste Medizin. Ich weiß noch, dass Mama mir immer Hühnersuppe gemacht hat, wenn ich krank gewesen bin. William, darf ich ihm Hühnersuppe machen? Mach was du willst, aber mach es schnell, Everill, ja? Ja, wirklich, darf ich? Klar, der Boss hat's doch erlaubt. Halt die Klappe, Jack. Oh, wie schön. Du bist nicht mein Boss, Großmoniker. Gib's her, du. Dann müsste ich mich schämen, wenn ich auf einen wie dich leuchte. Hör! Gefunden, Jolly. Und den auch, da oben, siehst du? Der ist wie eine wundgerittene Stelle, man wird sie nur schwer los. Wenn die Lunte nicht brennt, passiert doch nichts. Ein Huhn konnte ich nicht auftreiben, aber ein fettes Stinktier gibt auch eine schöne Brühe. Extra für dich. Da wird geschossen, aber diesmal nicht auf uns. Steh auf, aber Dully. Oh, Lucky Luke, sehr erfreut. Wie ich sehe, sind wir beide hinter den Dortons her. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Wir tun uns zusammen und teilen die Belohnung. Sicher, wenn Schweine fliegen können. Wenn ich bitten darf. Vergiss es, Igor. Es macht mich ganz krank, so gesund wie die sind. Sheriff, seien Sie so nett und sperren Sie das Reptil in einen Käfig. Moment, bitte. Ich habe nichts verbrochen. Ich wollte nur die steckbrieflich gesuchten Kerle dingfest machen, wozu aufgerufen wird. Klingt vernünftig. Aber der Mann hat auf mich geschossen und den Banditen die Flucht ermöglicht. Ihn müssten Sie einsperren, guter Mann. Schon möglich. Sheriff, dieser Haftbefehl berechtigt mich, die Dortons wieder ins Gefängnis zu bringen. Die Ebbe in meinem Portemonnaie berechtigt mich, sie bei Glatten für 400.000 Dollar Belohnung abzuliefern. Nun, wenn die Sache so ist, wünsche ich Ihnen beiden Glück. Danke, Sheriff. Geben Sie mir meine Waffe zurück. Tut mir leid, mein Freund. So ist das nun mal in der freien Marktwirtschaft. Da ist Mexiko. Wir müssen nur durch den Fluss. Entscheide, du. Du bist schließlich der Boss. Schlau, dass wir den Leichenwagen geklaut haben, Herr Joe. Wenn du jetzt noch in einem Sarg liegen könntest... Halt die Klappe, Avril. Joe, wir sind am Rio Grande. Wollen wir ihn überqueren? Was hat er gesagt? Er sagte... Bala... Ich kann ihm nicht verbieten, sie zu verfolgen, aber sie zu erschießen. Wir beschützen jetzt die Dortons? Also, alles was recht ist. Was zum Teufel hat er vor? Folgendes Angebot. Er nimmt uns zum Scheinfest, lässt uns aber wieder frei, nachdem er die Belohnung kassiert und mit uns geteilt hat. Warum sollte er das tun? Ganz einfach. Er kann uns dann wieder einfangen und die Belohnung ein zweites Mal kassieren. Irgendwas an der Geschichte schmeckt mir nicht. Was meinst du, Joe? Ich hab's nicht kapiert. Erklär's mir doch bitte nochmal, William. Na los, Jungs. Ich will ja nicht Wurzeln schlagen. Okay, Snake. Meine Brüder und ich haben beschlossen, dein Angebot zu akzeptieren. Wie bitte? Gut, eine sehr kluge Entscheidung. Tja, dann wollen wir mal... Hier sind wir nicht sicher, wie ich sehe. Die haben sich doch übertölpeln lassen. Doktor, ein Leichenwagen. Zu früh gefreut, Igor. Der Inhalt lebt leider noch. Sag mal, was ist los mit ihm? Zu viel gegessen, hat der Doktor gemeint. Der Bulle liegt ihm wohl noch quer. Sobald ich kassiert hab, feiern wir das mit Bratkartoffeln, Roastbeef und Remouladensauce. Ich weiß, was du gleich sagen wirst, Jolly. Aber wenn er nur in die Gegend kotzt, kann ich ihn wegen Bruch des Gesetzes nicht verhaften. Ich wollte dazu gar nichts sagen. Ich bin nur ein Pferd, weißt du noch? Da wären wir. Gebt mir eure Revolver, Jungs. Bevor ich euch auf freien Fuß setze, muss ich euch erst ausliefern, sonst bekomme ich die Belohnung nicht. Verstehe ich vollkommen. Ich will bloß noch sterben. Wie ist mir wurscht? Oh Mann, freue ich mich auf das Roastbeef mit Remoulada. Habt ihr die fetten Kühe da drüben gesehen? Danke schön. Gut gemacht, Rattlesnake. Normalerweise liefere ich sie nicht lebendig ab, aber in diesem Fall würde ich Ihnen das Vergnügen überlassen. Hier sind die 400.000 Glöten. Was haben Sie mit Ihnen vor? Die werden zu Viehfutter verarbeitet. Ja, wie unhygienisch. Auch wieder wach. Dann mache ich Ihnen den Prozess. Sie werden verurteilt und aufgehängt. Ist er nicht zum Todlachen? Halt die Klappe, Everill. Die Sitzung ist eröffnet. Das Wort ergreift jetzt der Verteidiger. Die Banditen haben ihren preisgekrönten Stier verspachtelt, einen Zuchtbullen. Die Verteidigung ist dafür, dass sie keine Gnade walten lassen. Ich erteile das Wort dem Herrn Staatsanwalt. Beeilung bitte. Sie sind schuldig. Ja, was denn sonst? Angeklagte wurde zu ihm für schuldig befunden, einen Zuchtbullen verspeist zu haben. Um dieses furchtbare Verbrechen zu söhnen, verurteile ich alle vier zum Tode durch den Strang. Okay, Rattlesnake. Befreie uns und schmeiß die Gulaschkanone an. Mann, was bist du für ein Trottel. Ich mache mich mit der Belohnung davon und niemand wird euch befreien. Da seid ihr mal nicht so sicher. Lündchen ist gegen das Gesetz, falls Sie es nicht wissen sollten. Ich sorge dafür, dass die vier ins Gefängnis kommen. Die werden aufgehängt. Schließlich habe ich dafür bezahlt. Schnappt euch euren kranken Bruder und ab geht's in Richtung Gefängnis. Was ist? Wollt ihr nicht eingreifen? Wir lünchen nur unbewaffnete Männerbosse im Arbeitsvertrag. Steht nichts von Schießereien. Ich setze ein Kopfgeld auf Luke aus. 400.000! Na wunderbar. Hey Luke. Lass es lieber, Rattlesnake. Ich werde dafür sorgen, dass die Dortons nie wieder rauskommen. Wenn doch, gib's nochmal ein Kopfgeld. Ich fürchte gar nichts mehr. Ich auch nicht, aber ich habe so ein Gefühl, als würden wir tief in der Patsche sitzen. Also, erstmal wird Luke umgelegt. Ich bekomme meine Belohnung und die Dortons können fliehen. Dann schnappe ich sie wieder, bringe sie glatten und kriege nochmal 400.000. Dann schnappe ich mir glatten und übergebe in den Dortons. Nein, so läuft das nicht. Hey Snake, schick mir eine Postkarte, wenn du weißt, wer wer ist und wo der Hammer hängt. Dann mal los, William. Halt! Stehenbleiben! Sind sie verrückt? Wenn sie Luke erschießen, geben mir 400.000 durch die Lappen. Und wenn er sie erschießt, verliere ich doppelt so viel. Verstehe. Zwei Bauern gehen von A nach C. Was kosten die Tulgen? Halt die Klappe, Everill. Halt die Klappe, Man. Schau mal! Das ist ein Schnau und was wir euch. Das ist ein Schnau und was ich schnau. Und was ihr sie sah? Da ist sie. Theo das Schnau. Das ist ein Schnau. Das ist ein Schnau. Das ist ein Schnau. Ich bin ja. William, das ist die Chance. Trisch auf die Pferde. Rattlesnake hat mir Butterblume in meine preisgekrönte Milchkuh erschossen. Tod oder lebendig? 400.000 für ihn. Ich bin kein Kopfgeldjäger, Glatten. Ich arbeite fürs Gesetz. Ich arbeite dich zu Viehfutter. Hast du gehört? Viehfutter! Wie vorausgesehen, im Handumdrehen erwischt. Bleiben Sie zum Essen, seien Sie so nett. Zur Feier des Tages springt der Koch über seinen Schatten. Es gibt Bratkartoffeln mit Roast Beef und Remoulade. Tut mir leid, Warden. Auf mich wartet ein Kuchen mit seinem Namen drauf. Gehen wir die Bratkartoffeln, werden kalt. Halt die Klappe, Everton! Abendessen! Ich bin ein Foto, ein Cowboy. Ich bin ein Foto, ein Cowboy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich liebe die Gestreiften, die folgen wirklich nach dem Ruf der Natur, den ich soeben auch vernehme Ich erkläre Blutsbruder, der mit den Pfannen tanzt zum neuen Häuptling der Mosbex Du nimmst den Platz von Brummiger Biber deinem Vater ein Ich will aber nicht der Chef der Mosbex werden, ich wäre gern der Chef Koch der Mosbex Kommt nicht in Frage, mein Sohn, hier folgt der Sohn seinem Vater So haben es die Mosbex von Anbeginn der Zeiten angehalten Als ob das ein Grund wäre Mein eigensinniger Sohn hat Regenwürmer im Blumentopf Außerdem soll sich meine Tochter grobschlächtige Bärin endlich einen Mann suchen Auf keinen der Jungen hier ist grobschlächtige Bären heiß Sag mir einen triftigen Grund, weshalb ich nicht Häuptling werden kann, anstelle dieses Waschlappens Weil sowas von Anbeginn der Zeiten an bei den Mosbex noch nie vorkam A, I, I, A, U, A, O, 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 O Versuch's gar nicht erst, Joe Das meine ich auch, Luke fängt uns sowieso wieder ein, wenn wir weglaufen Stimmt's, Luke? Ja Hast du nicht gehört, was wir eben gesagt haben? Für jeden missglückten Fluchtversuch einen Sack voller Hafer und ich hätte den Himmel auf Ehre Ich krieg ihn schon! Gerell! 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 Ein halbes Jahr wollte ich mich nicht mehr waschen! Die Wattel ist verloren! Du ziehst mich runter, hau ab! Gerell! Ich kann auch nicht schwimmen, du Idiot! Ja, das macht Spaß, wie? Ja! Ja! Ah! 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 Ich hab sie! Ah! Ah! Stinkt wie verregneter Mensch! Brummiger Biber dank schwarz-gelb-gestreiftem Fisch, das er seinen Sohn vor dem Ertrinken bewahrt hat Mutiger Fisch, der aussieht wie eine Biene, hat den, der mit dem Pfannentanz das Leben gerettet Grobschlächtige Bären verspürt so ein Kribbeln innen drin Das lässt sich mit einem Schlückchen Rizinusöl beheben Vom heutigen Tag an sind der mit den Pfannen tanzt und gestreifter Fisch Blutsbrüder! Gestreifter Fisch wird hiermit eingeladen, so lange bei den Mosbecks zu bleiben, wie es beliebt! Joe Dorton kann das Angebot nicht annehmen, Häuptling! Er ist auf dem Weg ins Gefängnis! Bitte, bitte sagst du ihm, dass ich hier bleiben will, ja? Soll ich das Kriegsbeil ausgraben, Bohnenstange? Aber der Mann ist ein Bandit, ein Verbrecher, Häuptling! Und das Gesetz der Mosbecks gilt schon von Anbeginn der Zeiten an! Lassen wir die Friedenspfeife die Runde machen! Da ist kein Tabak im Pfeifenkopf! Wir haben aus gesundheitlichen Gründen den Tabak immer verabscheut! Das ist schon von Anbeginn der Zeiten an so gewesen! Ach, Häuptling! Du stehst meinem Herzen so nah! Nenn mich Papi! Okay, Papi! Dürfen meine Brüder eventuell auch hier bleiben? Die Brüder meines Sohnes sind auch meine Söhne! Ich überlasse euch eurem Schicksal! Wir müssen den Gouverneur informieren! Ich glaube kaum, dass die Dortons auf Mokassin-Herstellung umsattelt! Brummiger Bär wird viel Anlass zum Brummen bekommen! Ich freue mich ja so, dass ich jetzt deine süße Seelenschwester bin! Wer jetzt noch weiterlacht, wird durch die Getreidemühle gedreht! Wo wir gerade von Getreide reden so! Das musst du probieren! Echt wahr! Körnerbrei mit frischem Termiten-Ragout! Nach einem Rezept unseres Blutbruders hier! Was sind das für weiße Dinger, die da drauf rumschwemmen? Das sind die Termiten, die kleinen Beinchen krabbeln so schön, wenn man sie runterschluckt! Er hat mir versprochen, dass er erstmal ein Restaurant aufmacht und später auch das Gefängnis beliefert! Leider wird Brummiger Bär nie erlauben, dass ich ein Restaurant aufmache! Lage weiter beobachten! Das bedeutet, ich muss sie festnehmen, ohne dass es gleich Krieg gibt! Ich wette, die brechen schon einen vom Zahn bevor's finster wird! Woher weiß der das? Hör zu! Wir stehen hier sozusagen unter Naturschutz! Besser kann's nicht sein! Wir machen einen kleinen Raubzug durch die Gemeinde und geben dann Fersengeld! Ich bin immer wieder stolz drauf, dass du mein Bruder bist, Joe! Du bist schlauer als ein echter Indianer! Wie ist dein Plan? Wir plündern und ziehen sie aus, verstecken ihre Klamotten und hauen ab! Appetit auf Klapperschlangen-Frikassee? Ich auch! Ich auch! Mein Sohn kämpft mit dem Kochlöffel! Schande über ihn! Womit hab ich den großen Geist so erzürnt, dass er mich mit so einem Sohn beschenkt hat? Papi, alter Knabe, wir sammeln mit Vorliebe Waffen! Du kannst mir doch sicher verraten, wo wir hier welche finden können! Ach, wenn doch dein Blutsbruder auch nur einen Funken deiner feurigen Kriegslüsterheit besäße! Waffen, morgen habt ihr sie! Aber heute Abend... Wird getanzt, Schatz! Du kannst, Schatz! Nuggesprächter, Schatz! Du kannst du dir aus, wo wir das machen können! Waffen, der Schatz! Säger! Zieh! Du kannst es auch... Du kannst es schon einmal mehr rausnehmen, oder? Du kannst es nicht mehr rausnehmen, oder? Du kannst es weiter und schenken! Die Kirschung werden in dort am Ingehorsitzenden. Wer ist wirklich... Ups! Alter, es geht! Du kannst es nicht mehr rausnehmen, oder? Du kannst es nicht mehr rausnehmen, oder? Du kannst du hier bei mir... Du kannst es... Du kannst mir hier denn alles! Du kannst du... Die passen wunderbar zusammen wie Strumpf und Latsch, stimmt's nicht? Also dann, gute Nacht, Jolly. Und morgen früh möchte ich mein Frühstück, wenn's geht, im Bett einnehmen. Mein Frühstück ist mein Bett. Die sind vielleicht praktisch, diese tragbaren Hundehütten, aber sie muffeln nach Pferd. So was verstehst du unter Waffen? Die haben sich im Laufe der Zeit bewährt. Es gibt nichts Besseres, mein Sohn. So kutsch. Ich will keine Antiquitäten. Ich habe von Waffen gesprochen, Mann. Ihr werdet doch wohl Pistolen haben, Gewehre, Kanonen. Sie haben dem Morsbeck seit Anbeginn der Zeiten gute Dienste geleistet. Ich geb dir mit Vergnügen Unterricht im Bogenschießen und anknetig dir drüben im Saunazelt den Rücken durch. Und ich geh in die Pilze, wenn's recht ist. Könntest du von deinem Kampfgeist nicht etwas auf unseren Pilzsammler übertragen? Er muss uns nur beobachten. Wir dort sind vier brutale Kerle. Hey, warte auf mich, Bruder. Ich komm mit in die Pilze. Die rotzügel-schmorten Bussert einfach umwerfen. Dieses duftig frische Gras. Vorsicht, mein Haupt. Hier, frische Schnecken zum Abendbrot, Blutsbrüder. Heute müssen erst die Reste von gestern tun. Denn heute wirst du mithilfe deiner Blutsbrüder werten, was man einen tapferen Krieger denn... Lass mal, wir biegen ihn dir schon hin. Aber höchstens eine halbe Stunde. Ich hab ein Wiesel im Ofen. Kahlköpfiger Spürhund bereite mein Pferd vor. Wie hättest du's lieber, Borsi, Braten oder die Grill? Desattel, damit ich ihnen folgen kann, du Gewürzkürkchen, du. Ihr verschwendet nur eure Zeit. Auch ihr werdet aus mir niemals einen Häuptling machen. Das hab ich auch gar nicht vor. Das hab ich nur gesagt, um mich drücken zu können, Kapitän. Und uns echte Waffen besorgen zu können, hab ich recht. Und damit einen echten Überfall starten. Sag es nicht, denn seinen gibt's der Herr im Schlafe. Reicht! Oh, guck mal, Priscilla. Indianer. Oh ja, genau wie im Prospekt beschrieben. Was glotzt ihr so rüber mit den Waffen? Bisschen plötzlich, ja? Warum das denn? Weil wir euch sonst mit unseren Pfeilen durchlöchern. Darum... Sehr überzeugend. Das muss man euch lassen. Du hast doch gewiss fünf Cent für sie, Schatz. Für den Anfang schon ganz gut. Vielleicht sollten wir ihnen jetzt das hübsche Lied vom Teekesselchen vorsingen, dass Mama uns bei... Wir sind die Dorten, Sie Idioten! Ja, klar. Und ich bin Kleopatra von Ägypten. Lachen ist zwar gesund, aber ich muss meinen Fahrplan einhalten. Das war zur Abwechslung mal was Hübsches. Was soll das? Wir waren noch nicht fertig mit euch! Nein, ich tu ihn dir an, verdammt! Der, der, er springt da keiner hinterher! Danke! Das wird allmählich langweilig! So leb denn wohl, Lucky Lou! Mein Sohn! Tu ihm, der deinen Bruder gerettet hat, doch bitte kein Leides an! Die Mixtur besteht aus heilsamen Kräutern und Büffelkacke! Wenn ich das recht verstanden habe, ist Luke Blutsbruder von, der mit den Pfannen tanzt! Und der ist doch der Blutsbruder von Joe, der nun wiederum unser Bruder ist! Dann sind wir also alle Cousins, stimmt's? Gebackene Feldmaus mit Katzenminze! Du bist jetzt Moorsbeckkrieger, du benutzt ab sofort nur noch traditionelle Waffen! Darum werde ich das Ding, das Feuer spuckt, in meiner Geheimschatulle verwahren! Meine Kinder, die Stunde ist gekommen, da der, der mit den Pfannentanz zum Krieger wird! Ja, sozusagen von der Pfanne direkt ins Feuer! Hör schon auf! Zwing mich bitte nicht, die Büffelkacke zu holen! Ich hab gerade meinen Tipi frisch gemalert! Komm doch auf den Sprung mit und sag mir, ob's dir gefällt! Die Liebe geht doch seltsame Wege! Tja, ich find's ausgesprochen hübsch, aber ähm... Hättest du nicht Lust, auf dem Bett vorliegen zu kuscheln? Du glaubst nicht, wie schwer das war, hier ein Eisbären zu finden! Ähm, er ist eher der schüchterne Typ, musst du wissen. Aber du bist genau sein Fall. Wir müssen sofort weg von hier! Du meintest, dass wir hier sicher wären, Joe! Nur ich eben nicht! Juhu, du bist ein kleines Zwitschervögelchen! Wir müssen unbedingt Luckys Pistole finden! Wir erschießen ihn und sind weg! Aber Joe, das würde grobschlächtiger Beringlatt das Herz brechen! Gleich werde ich grobschlächtig und breche sämtliche Knochen im Leib! Na, Appetit auf marinierte Lux-Innereien? Du solltest die Anerkennung, die du verdienst, auch bekommen! Weißt du, ich denke, wir können dir zu deinem Restaurant verhelfen. Dafür brauchen wir Luckys Pistole, die dein Vater versteckt hat. Dann müsste ich ja an seine Geheimschatulle gehen, das würde ich nie wagen! Wie wär's, wenn ich dich mariniere? Von innen und außen! Noch eine Frage! Du willst damit doch nicht etwas schießen! Sehe ich etwas so aus? Deine Uhr ist abgelaufen, Cowboy! Geh da rein! Ich glaube kaum, dass Papi das gefällt! Auch er wird mich nicht daran hindern, dass du dir ab sofort die Radieschen von unten beguckst, Luke! Da bist du ja mein Zuckerschnäuzchen! Sag mir, was du hast! Warum bist du so böse? Ich muss immer hinter dir herrennen, damit ich dich knutschen und knudeln kann und halb tot rücken von Liebe! Entehrt der Bruder meines Sohnes etwa meine Tochter? Oh nein! Doch! Da entehrt einer meiner Söhne meine Tochter! Juhu! 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 Die sind voll daneben, die Alpentraditionen. Um nichts auf der Welt möchte ich Häuptling sein. Und wenn die Pfannen nicht mehr tanzen, heirate gestreifter Fisch grobschlächtige Bären, die auf ehrenhafte Weise in ihrem Tipi entehrt worden ist. Juhu! 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 Geh nun, mein Sohn. Deine Brüder und ich erwarten deine triumphale Rückkehr. Mein Bruder ist ein verlogener Hund. So einem Bruder kann man nur noch pfeifen. Oh! Wieder die fünfte Bandscheibe. Aua! Ich muss mal zur Fußpflege. Ich trete mir taumend auf die Nägel. Das Mindeste ist ja wohl, dass wir Papi auf Wiedersehen sagen. Ganz abgesehen von deiner Freundin, hast du die total vergessen, hm? Wenn die vor Kummer stirbt, auf Weier. Niemand soll ihn erschießen, bevor ich ihn erwürge! Da kommen sie. Ich wusste, dass die kleinen Vögelchen das Nest verlassen würden. Nie wieder werde ich mich an Katzenminze vergreifen. Oh, das tut mir leid. Wir werden verfolgt. Dann aber los! Aber Joe, das ist vielleicht deine Liebste, die dich heimsuchen will. Wir verstecken uns da drin! Ferkel! Da kommt jemand. Ah, mein Luckylein. Dann komm mal schön. Ich weiß, dass du hier bist, gestreifter Fisch. Ich hab dich hier reinlaufen sehen. Wo bist du jetzt? Antworte mir doch! Du möchtest wohl mit ansehen, wie dein Sohn von einem Grizzlybären zerrissen wird, hm? Nein, ich habe dir das hier mitgebracht, ähm, mein lieber Sohn. War nicht abgemacht, dass ich den Bären vorher erst töten muss? Seit Anbeginn der Zeiten an haben die Moorsbecks immer Wege gefunden, die Traditionen zu umgehen. Ah, die Traditionen sind in Wahrheit kein Pfifferlingbären. Tochter! Tag, Schwester! Dann möchte ich doch wissen, wer mich dran hindern soll, Häuptling zu werden. Äh. Wie wär's damit? Da war jemand im Bett... Wie wär's, wenn wir dich ganz einfach verpfeifen würden? Nicht nötig. Es ist wohl an der Zeit, dass wir das Moderne akzeptieren. Passt auf! Hau nicht so auf den Putz, Junge! Hau nicht so auf den Putz, Junge! Lass den Bären los, oder soll ich dir ein paar Kugeln in deinen fetten Hintern jagen? Mach du dich nicht über meinen Hintern lustig, gestreifter Fisch! Das fehlt dir noch, was, Schwester? Mir hat wieder keiner gesagt, dass hier eine Party steigt. Eigentlich darf ja niemand in die Heilige Grotte. Aber Joe! Wie kannst du nur deine eigene Schwester erschießen wollen, ganz besonders, wo sie deine Frau werden soll? Diesen Giftswerk nehme ich nie zum Gemahl und wäre er der einzige Mann auf der Welt. Du gibst ihn also frei? Er wird schon überleben! Halt die Klappe, Mann! Nicht mal Katzen fühlen sich so abstoßend auf! Ich wünsche euch alles Gute. Die tanzende Pfanne wird bestimmt ein Vier-Sterne-Korps. Und du, meine grobschlächtige Schwester, gibst sicher einen tollen Häuptling ab. Rummiger Biber war wohl mit Blindheit geschlagen. Gestreifter Fisch ist ein abgefeimter Bösewicht. Ich hätte auf meinen wahren Sohn Lucky Luke hören sollen. Schon okay. Auch wenn ich damit gegen die Tradition verstoße, schüttle ich dir doch die Hand. Und so kam es, dass grobschlächtige Bären und der mit dem Pfannentanz zu ihrer wahren Berufung fanden. Und bis auf den heutigen Tag gelingt es den Mosbecks immer wieder, alte Traditionen elegant zu umschiffen. Ich bin ein voll-loneser Cowboy. Ich bin ein voll-loneser Cowboy. Durch Oraios löst das Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Von niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dorton Planer ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Hey Dortons, ich hab hier einen Brief für euch, Jungs. Einen Brief für uns, sagst du? Was steht denn drin? Meine lieben Söhne. Das klingt wenigstens nicht so, als wär's ne Rechnung. Ich habe eine große Überraschung für euch. Ich hab mich in einen wunderbaren Mann verliebt. Er heißt Horace und in drei Tagen läuten die Hochzeitsglocken für mich. Ihr werdet ihn bestimmt so gern mögen wie ich, aber wichtiger ist, dass ihr ihn respektiert als das neue Familienoberhaupt. Ich umarme und küsse euch, eure euch liebende Mutter. Unterschrift Mar-Dorten. Was soll das? Respekt, Familienoberhaupt, warum, wieso, weshalb, weswegen? Ich leg den Brief hier hin und herzlichen Glückwunsch, Jungs. Ja, 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 ja. Joe, du siehst aber gar nicht gut aus. Du wirst wohl auf keinen Fall zu spät zur Hochzeit kommen, was, Joe? Von wegen Hochzeit, da wird ne Beerdigung draus, dafür werd ich sorgen. Was meint ihr, ob man mit Mürtenkranz und nochmal ganz in Weiß geht? Bestimmt nicht, eher was ganz Einfaches, im kleinen Schwarzen wahrscheinlich. Was meint ihr, ob sie uns noch nen kleinen Bruder schenken? Everett, halt die Klappe! Dass ich nicht lache, Familienoberhaupt, dem Kerl werd ich den Marsch blasen! Nicht zu fassen, was es für hässliche Karnickel gibt. Das hat ja ganz schön gedauert. Oh nein, Lucky Luke! Wenn wir nicht zu spät kommen wollen zur Hochzeit, müssen wir uns beeilen. Ich verstehe kein Wort. Welche Hochzeit denn? Der Direktor erlaubt euch ausnahmsweise, eure Mutter zur Hochzeit zu beehren. Mit mir als Wachhund versteht sich, Kumpels. Als Erster wird Lucky Luke erledigt und dann kommt dieser Horace an die Reihe. Nein, nein, äh, zuerst doch Horace und dann Lucky Luke. Ach, ist doch schnutzegal. Wichtig ist nur, dass ich beide umbringe. Oh, du wunderschönes Geschöpf, Königin meines Erzens. Ich kann es kaum erwarten, bis ich diese Schönheit mit ihren rubinroten Lippen und blauen Augen mein Eigen nennen darf. Sag mal, Horace! Wie kommst du dazu, meine braunen Augen blau zu nennen? Sie spiegeln das Blau des Immels wieder, meine Brerie aus der... Gott, wie romantisch! Oh, Freude meines Labys, wenn ich dein Gesicht sehe, will ich mir scheinen, als ob ich Shannon Bach ein Liebeslied murmeln öre. Hallo, Ma, wir sind da! Avera, Jack, William, Joe, sie sind hier, alle vier! Mir war so, als hätten sie den Jungs 100 Jahre Zwangsarbeit aufgebrummt. Sie sind ausgebrochen, um mit demütigen Hochzeit zu feiern. Och, sie waren schon immer so aufmerksame Kinder! Das könnte meine Pläne ernsthaft in Gefahr bringen, jetzt eist es doppelt raffiniert vorzugehen. Avera, mein kleines Baby! Hallo, Ma, wie geht's dir, Ma? Ach so, ja, wie geht's denn, Ma? Nein, welche Herzensfreude, dass ihr tatsächlich zur Hochzeit... Das ging aber schnell! Ich will sie nicht verhaften, Ma, sie haben die Erlaubnis, zwei Tage zu bleiben, aber nur, wenn sie sich auch gut benehmen. Oh, sie werden ihnen keinen Kummer machen, das müssen sie den lieben Mütlichen versprechen, die lieben kleinen Engel! Versprochen, Ma! Meine lieben Jungs, wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen! Ma hat mir ja schon so viel von euch erzählt, ihr dürft nicht Papi nennen! Ja, Papi, sehr schön! Ich schmeiß dich den Löwen zum Fraß vor, egal wie weit es bis zum nächsten Zoo ist! Hör auf, hör die Rumpelstielzchen, nun bist du zu alt! Sie sind auch ein Mitglied der Familie? Sozusagen. Ich bin Lucky Luke. Lucky Luke? Was für ein Plaisir! Ich bin euer Rasselaber, jetzt schon ein zukünftiger Ehemann von Ma Dalton. Ist er nicht süß? Komm zum Essen, los! Ach, Ma, sag mal, wozu hast du die vielen Löcher im Garten gegraben? Das war ich nicht! Das war Horace! Man muss die Mutterboden in und wieder Luft zuführen. Die Gartenarbeit ist mein Steckenpferd, Willian! Oh, der bin ich nicht! Ich bin Avril! Komm von der Palme, Joe! Joe, du wirst dich gedulden müssen! Ich möchte ihn halt auch ein bisschen näher kennenlernen, bevor du ihn umbringst! Ja, so war es. Ich sah eure Mutter und es war, als hätte ein Blitz mein Erz getroffen. Alles an ihr bringt mein Blut in Wallung. Vom Klang ihrer Schritte am frühen Morgen bis zum Anblick ihres gelösten Ares auf dem Kissen. Umschmeichelt vom Licht des Mondes. Du, Ma, gibt's noch einen Nachschlag? Ich könnte nämlich noch gut was vertragen. Klaro! Verdünnen kann man die Suppe immer! Also, ich kenne ihn gut genug. Darf ich ihn wegputzen? Jacques, welch seltsamer Humor! Mein Name ist Joe! Keine Panik, Horace. Er ist ein miserabler Schütze. Avril, du scheiß über irgendetwas ein wenig erlos zu sagen. Kein Kerl, ich bin Joe! Hier drin ist ne Party im Gange, wie mir schreit. Joe heißt Horace nur in der Familie willkommen. Ach, er erinnert mich immer mehr an meinen verblichenen Gemahl. Ein echter Temperamentspolst. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um ein Kätzchen bei dem Fellknäuel da. Und Hunde sind nun mal auf der Welt, um Kätzchen zu jagen. Von wegen Kätzchen, das ist ein hundefressender Tiger. Joe! Dein Badewasser wird kalt! Oh nein, bitte nicht, Ma. Ich hab doch erst Silvester gebadet. Und da sagt der Volksmund noch, Eiratsschwindelei sei ein Spaziergang. Und wo ist Lucky Luke? Der schläft, Joe. Ach, bist du sicher? Ich fragte ihn, schläfst du? Und da meinte Luke ja. Na wunderbar. Dann abmarsch in die Stadt zu Horace und bestell ihm Ma, würde ihn am Brunnen erwarten. Was starrst du mich so an? Ma, du wirkst so verändert. Die Stimme meine ich und das Gesicht. Und nen Schnurrbart hast du auch. Hallo, Avril. Hallo, Luke. Joe war wohl schlagfertig wie immer, wie? Es war nicht Joe, es war Ma. Die ist so anders. Das ist das erste Mal überhaupt, dass sie mich geschlagen hat. Und sie hat plötzlich einen Schnurrbart. Das liebe Mütterchen. Seht mal, sie hat unser Lieblingsspielzeug aufbewahrt. Joe, ich glaube, sie hängt sehr an, Horace. Ich fürchte auch. Sie nimmt dir das sehr übel, wenn du ihn umbringst. Die schöpft kein Verdacht. Ich lass es wie ein Unfall aussehen. Rantanplan, wo bist du gewesen? Ich werde es ihm sagen müssen. Da ist ein wilder Tiger vor der Tür. Fast hätte er mich gefressen. Es war ein fürchterlicher Tag. So schnell wie er fällt kein anderer Hund von einem Tiefschlaf in den anderen. Ich würde sagen, ich mache noch einen kleinen Mondscheinspaziergang. Du bleibst jetzt schön hier, Papi, und ich sage dir, dass du da bist. Was mag sie um die Zeit noch von mir wollen, die alte Schachtell? Vielleicht will sie mir endlich verraten, wie ich an den Familienschmuck komme. Oh, sie kommt. Was jetzt kommt, muss von Jean-Nuzzo triefen, Horace. Oh, meine Abgeordnete, viel geliebte, du. Kaum trittst du erfür, schon verblassen die Sterne am Himmelgöttliche. Sicher möchtest du wissen, weshalb ich dich herbestellt habe? Lass mich raten, mein Zuckerplätzchen. Du bist der Meinung, dass es nun Zeit ist, deinem zukünftigen Gemahlsgott in etwas bisher vor ihm Verborgenes zu zeigen. Genau. Meinen Sechs-Schuss-Revolver. Wo zum Teufel hab ich denn bloß? Du weißt, du kannst mir all deine Geheimnisse anvertrauen. Oh, oh, nicht schnäuzigen. Komm in meine Arme. Nein! Der muss doch hier irgendwo sein. Schade, dass Jolly Jumper das nicht sieht als hoffnungsloser Romantiker. So, spielen wir jetzt die Spreude. Du weißt ja nicht, wie mich das anmacht. Bleib da! Ich muss die verdammte Knarre finden. Schenk mir das Lab-Saal deiner Lippe. Finger weg! Ich bin nicht die Frau, für die du mich hältst! Avarell, beruhige dich! Ich bin nicht, Avarell, du Schwachkopf! Ich bin Joe! Jolly wäre begeistert. Wer macht da mitten in der Nacht so einen Höllnern? Ich muss versuchen, diesen Giftswerk auf meine Seite zu bringen. Will mich denn keiner hier rausholen? Tja, dann will ich mal in den sauren Apfel beißen. Frage, badest du mit Vorliebe so spät in der Nacht, Joe? Jedenfalls nicht zu spät, um dich voll Blei zu pumpen. Ich hab's mir überlegt. Bade du nur schön weiter. Momentchen, alter Freund. Freund stimmt. Alt könnte sich verknallen. Was hast du da drunter, Joe? Hm? Wo denn drunter? Wisst ihr, wovon er redet, Jungs? Siehst du, keiner von uns versteht, was du meinst. Lass los! Zum Beispiel davon. Ich mach ihn fertig, obwohl ich schwöre es! Wenn du, Horace, wirklich an den Kragen gehst. Versohlt uns mal mit Sicherheit den Hintern. Und wo die Hinhaut, Joe wächst, sobald kein Gras mehr. Ich sprach von Lucky Luke. Dann ist es in Ordnung. Das verstehe ich nicht. Was geht in Ordnung? Ihr macht mich völlig konfus. Ja! Ah, du bist krank, Joe. Wir holen dir ein Zäpfchen in der Apotheke. Ich glaub, der Countdown läuft, Jolly. Den wollen wir nicht verpassen. Auf keinen Fall bleibe ich mit der Bestie allein. Hab ich ein Glück, muss diese Promenadenmischung wieder mitroppen. Mein Hundeinstinkt sagt mir, dass dieser altersschwache Gaul mein Freund sein will. Es ist zwar ein Opfer, aber ich bleibe bei ihm. Hallo, Ma, wie ich eben hörte, wollen Sie... Da kommen die Dortons! Hey, das war der alte Foster. Er scheint immer noch der Bankdirektor zu sein. Und wie er sich gefreut hat, uns wiederzusehen, nicht? Ach, da sind wir ja schon beim Schneider. Fast hätte ich es übersehen. Amo, ich habe Kundschaft für Sie. Scheint ein nettes Städtchen zu sein. Bloß schade, dass ein räudiger Köder die Idylle stört. Wir werden hier auf die Dortons warten. Ciao, Signore Cowboy. Stimmt's, dass heute oder morgen jemand heiratet in dieser Stadt? Jep. Stimmt, Mister. Luigi Paparazzi, Fotografie Hochzeiten und Hinrichtungen. Freut mich. Lucky Luke, einsamer Cowboy. Und ich bin Jolly Jumper, Pferd. Lucky Luke, der Lucky Luke, ja? Sie muss sich unbedingt auf die Platte bannen. Warten Sie, ich hole meine Kamera. Könnte ich eines von denen haben? Aber sicher doch, nehmen Sie sich, was Sie wollen. Und jetzt bitte eine dramatische Pose, wie Sie gerade die Dortons verhaften. Ich glaube, das lässt sich machen. In diesen verwünschten Klamotten sehe ich einem Banker verwünscht ähnlich. Mir hätte was Quergestreiftes auch besser gefallen. Ich fühle mich in normalen Sachen einfach nicht mehr wohl. Stimmt, Sie sehen gar nicht mehr zum Fürchten aus. Hat der gesagt, meine Söhne sehen nicht zum Fürchten aus? Das ist Wissen, Herr Paparazzi. Wir sind Verbrecher in der sechsten Generation. Alles Räuber und Diebe uns durchgesindeln und sehr gefährlich. Wo wir doch die gefährlichste Bande im Wilden Westen sind. Natürlich, mein Herzchen. Aber Horace, was denkst du dir nur, einfach zuzuschlagen? Verzeih mir bitte, aber ich wollte verhindern, dass Lucky Luke deine Söhne wieder, ich korrigiere, unsere Söhne wieder ins Gefängnis bringt. Allein der Gedanke daran, dass unsere Familie auseinandergerissen wird, macht mich traurig. So habe ich ihm eins übergebraten. Oh, Horace, du bist zum Mitfühlen. Er schießt Lucky Luke oder schmeißt ihn in siebenes Öl. Reiß dich zusammen, an meiner Hochzeit wird niemand erschossen oder frittiert, Joe. Du sparst ihn in die Scheune ein, während wir vor den Altar treten. Dann tut von mir aus, was ihr wollt. Was sagt man zu Papi? Danke, dass Sie gewartet haben. Und jetzt alle lächeln. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon mal betroffen? Natürlich, aber ich... Ich muss, ich will's, aber ich, ich, ich kann's nicht tun. Natürlich kannst du's, Joe. Du musst dir einen Ruck geben, Joe. Tu es für Marjo. Nein, ich merk's, das wird nichts. Ich, 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 ich geb's auf. Joe, ich kümmere mich doch um eure Mutter, wenn ihr eure Banken beraubt und die Züge und die Postgutschen überfallen. Oh, Horace, du hast gewonnen. Du bist es wert, in unsere Familie aufgenommen zu werden. Und so erteile ich euch unseren Segen im Namen meiner Brüder. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, was ist? Seid ihr alle soweit? Oh, Ma, du Zierde aller Weiblichkeit, du Venus in Person. Du wirst stets die Göttin meines Erzens bleiben. Göttin? Ja, das hört sich gut an. Jetzt aber los. Wir wollen nicht, dass der Pfarrer Wurzeln schlägt. Stopp, Momentchen. Geht ruhig schon voraus. Ich hab doch was Unerledigtes zu erledigen. Sag mal, Joe. Ich bin doch nicht Joe. Ich bin Averill, Papi. Das weiß ich doch, mein lieber Averill. Sag mal, habt ihr eure Beute irgendwo versteckt? Äh, Beute versteckt? Äh, nein. Sieh mal einer an, Luke. Wie ein Paket verschnürt, aber die Post will nicht abgehen. Darauf hab ich lange gewartet. Tja, sowas. Die probieren eine Zirkusnummer, wie es scheint. Hier, was ich von meinem Papi bekommen hab. Wenn ich so an die Beule auf meinem Kopf denke, würde ich sagen, der Kerl passt fabelhaft in eure Familie. Genau. Er ist jetzt drin und du bist raus. Trotzdem würde er vielleicht einen guten Ehemann abgeben, wenn er nicht bereits verheiratet wäre. Was heißt denn hier bereits verheiratet? Ein Zirkus, na klar. Und der Tiger gehört zur Raubtiernummer. Er ist verheiratet. Ich hab den Beweis. Zeig ihn mir oder ich mach dich kalt. Erst runterlassen, dann wirst du ihn auch sehen. Wenn du mich abgeschnitten hast und ich geblufft habe, hast du dich eben geschnitten. Hör auf! Das krieg ich nicht auf die Reihe, Luke. Unsinn, Joe. Wo kein Verstand ist, ist auch nichts durcheinander zu bringen. Meinst du nicht auch, es wär Zeit, mich abzuschneiden? Nicht getroffen! Nicht ein einziges Mal! Ich habe die halbe Stadt zu meiner Hochzeit eingeladen. Wieso ist denn kein Schwein gekommen? Wart's ab, Ma. Jack kümmert sich gerade darum. Ihr werdet doch ein bisschen was vergraben haben. Ach, es geht wieder um den Schatz, Papi. Tut mir leid. Ich hab ein paar Gäste aufgetrieben, Ma. Na also, jetzt kann ich bloß hoffen, dass Joe bald hier aufkreuzt. Er ist also tatsächlich verheiratet. Na, mit dem wird Ma schön Schlitten fahren. Er ist verdammt gerissen. Er wird versuchen, es so zu drehen, als ob wir alles erfunden haben. Ich wär ja dafür, dass er sich selbst entlarvt. Hast du vielleicht ne Idee, wie? Mhm, hab ich. Sind die langweilig. Sowas muss doch fetzen, wie mein dreifacher Rittmeister mit Salto-Mortale. Das liegt am Halsband. Längere Warten können wir nicht, mein Täubchen. Na, warte. Wenn der Bengel kommt, versuche ich ihm den Hintern, das ihm hören und sehen vergeht. Und Sie fangen an mit Ihrem Zermon. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier, um zu bezeugen, dass Horace, Lafayette Jackson und Ma Dorton in den heiligen Stand der Ehe treten. Jawohl, so ist es. Falls jemand etwas vorbringen möchte, was gegen die Verbindung spricht, möge er das sagen oder für immer schweigen. Dann auch so viel. Ich weiß etwas, das sehr dagegen spricht. Joseph, stiehl, wenn du nicht willst, dass die Rose abbricht. Diese dreckige Ratte ist bereits verheiratet. Ich bin alleinstehend und bin keine Ratte. Hier, Leute, das ist der Beweis dafür. Ein Foto von seiner letzten Hochzeit. Das ist ein abgekartetes Spiel, Ma. Deine Söhne waren von Anfang an gegen mich. Den Rest? Erzählt euch seine Frau besser persönlich. Wer ist alles auf? Stehenbleiben oder mein Liebling hat den letzten Schnaufer gemacht? Sie sind wirklich ein begnadeter Schwindler, Horace. Du Schleimer, du machst mich vor der Stadt zum Gespött. Ich würde gerne noch mal von vorne anfangen. Verstellt euch nebeneinander und lächelt. Und das mit Billiggläsern. Das war nun sehr elegant. Hat mir ausgezeichnet gefallen. Die vom Zirkus müssen wahnsinnig sein, ihn frei rumlaufen zu lassen. Das ist aber ein hübsches Kleid. So hübsch, dass er es gleich als Sterbehend benutzen kann. Auf Wiedersehen, Luke. Ich hab die Pistole. La 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 la. Fantastico, so bleiben. So, die Feier ist vorbei. Auf ins Gefängnis mit euch. Augenblick noch, Luke. Die Zeit für den kleinen Imbiss ist doch wohl noch drin. Nur, dass ich das richtig verstanden hab. Du warst schon ein paar Mal verheiratet? 14 Mal insgesamt. Und immer hast du die Frauen ausgeplündert und bist dann abgehauen, ja? Du hast zerfasst, Everill. Jetzt, wo wir zusammen im Gefängnis sind, könntest du's mir doch sagen. Wo ihr die Beute versteckt habt, meine ich. Welche Beute? Wovon redest du denn? Spiel nicht die Unschuld vom Lande. Ihr wart die berüchtigsten Räuber des Wilden Westens. Irgendwo muss das Geld geblieben sein, das ihr geklaut habt. Weißt du, wir hatten nie Gelegenheit, was von der Beute zu verstecken, weil Lucky Luke uns schon vorher verhaftet hatte. Herr Direktor, der Neuzugang ist völlig durchgeknallt. Der haut sich in einem Fort mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf. Der hat sich in einem editionenтер Öffentlichkeitsождеждbetreffen.blogsk.blogsk.com. Weißt du, wir sind ein Theater. Über 6. dentro neinander complementn. Server festecken. Direktor fragt. Soll das Jaw То. Wiriern, wir Monaten angehen. Komm authority. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also folgendes hab ich mir ausgedacht Wir hüpfen auf und ab und machen dazu die unschuldigsten Gesichter Ganz allmählich fangen wir dann an, immer höher und höher zu hüpfen Und wenn wir hoch genug gehüpft sind, dann Bingo! Fliegen wir direkt über... Die Ballettradchen sind fertig und es gibt was zu futtern Ich nehme mal an, pürierten Brokkoli Heute gibt's was Feines, Jungs, pürierte Brokkoli Hey, ich hab vorausgesagt, was es zum Mittagessen gibt, Jungs Ihr wisst hoffentlich, was das bedeutet, liebe Freunde Das heißt, dass ich übernatürliche Kräfte hab Das prüfen wir doch gleich Dann müsstest du jetzt wissen, was ich gleich mit dir machen werde Warte mal Du springst mir an den Hals, um mir selbigen umzudrehen, Joe Ja, sieh mal an! Er dreht dich wieder ab, Joe! Auch wenn er mir die Luft abdreht Ich besitze wirklich übernatürliche Kräfte Das waren die Ragtime Rockets aus dem Zellenblock D Okay, auch nächstes Jahr werden sie uns erfreuen Sie stehen noch mit 20 Jahren in der Kreide Und schon wieder ein Highlight in unserer Show Zu vier Künstlern, die den weiten Weg aus der Isolationshaft auf die Bühne nicht gescheut haben Ich bitte um einen dollenden Applaus für die tanzenden Dolthens Wir müssen anfangen, Jungs, wo zum Teufel ist Averill? Er möchte die Freunde hier mit einer eigenen Nummer überraschen, hat er gemeint Gut, dann fliehen wir eben ohne ihn Kollegen Knastbrüder, heute erfreuen wir euch mit einer brandneuen Choreografie Betitelt Der Flug der Schmetterlinge Hier wäre doch um ein Haar aus dem Flug der Schmetterlinge der Abflug der Daltons geworden Lucky Luke hat meinen schönen Plan durchkreuzt, der durchkreuzt immer meine Pläne Jetzt beruhige dich mal, Joe Ich will mich aber nicht beruhigen Dafür leg ich dem da ein für alle meines Handwerk Silenzio Ich, der große Daltoni, gebe jetzt eine Kostprobe meiner übernatürlichen Kräfte zum Besten Weil ich zwei Freiwillige für meine Demonstration brauche, werde ich mir, wenn ihr es erlaubt, gleich hier den kleinen Giftzwerg greifen Du Idiot glaubst, dass du damit hier jemand beeindruckst Und wer macht mir nun den zweiten Freiwilligen? Wie wär's mit dir, Cowboy, im gelben Hemd da hinten? Komm auf die Bühne Ich? Sie haben ihn schon das Ballett versaut, Sie müssen jetzt unbedingt ran Was? Oh nein, nicht der wieder Wie alle sehen können, hoffe ich, habe ich soeben den Cowboy und den Häftling aneinander gefesselt Nun kommt der große Daltoni und entfesselt die beiden wieder Und das nur mit Hilfe seiner mentalen Kräfte Da darf man ja gespannt sein Ich bitte um Ruhe, in meinen Kopf muss absolute Leere einziehen Das dürfte nicht schwer sein, der war schon immer leer Na hui, ah hui, erhört mich, Handschellen, also öffnet euch, kommt schon Na hui, ah hui, ah Die mentale Kraftanstrengung hat sein Hirn total überfordert Vergiss den Blödmann, ich will nicht ewig an ihm gefesselt bleiben, schließt die Handschellen auf Sie haben's gehört, worauf warten Sie? Holen Sie den Schlüssel Ja, woher denn? Dafür haben wir keine, das sind fremde Handschellen Wo hast du den Schlüssel gelassen, du Torfkopf? Ich will den Schlüssel! Wenn das keine Gefängnishandschellen sind, wie sind sie dann reingekommen? Ich könnt's mir denken Oh ja, natürlich, ja sicher, so war es Es war vor ein paar Tagen, da bekamen wir Besuch von einem Vertreter in Sachen Handschellen namens Longneck Theodor Q. Longneck, er empfahl uns seine Handschellen zu kaufen, von denen er behauptete, sie seien nicht kaputt zu kriegen Ich nahm natürlich an, dass der Mann lügt und ließ ihn vor die Tür setzen Er ist dann weitergezogen und ich hatte den Vorfall sehr schnell vergessen Aber im Weggehen muss er eine seiner Handschellen verloren haben Das muss Avril bemerkt haben und hat sie sich geschnappt, ohne dass jemand irgendwas bemerkt hat Im Klartext heißt das also, dass niemand einen Schlüssel dafür hat Hat jemand zufällig eine Pfeile oder ein Werkzeug, das uns weiterhilft? Ja! Ja, 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 ja Oh Nee Das wird nix, Boss Sie geht nicht kaputt, hält man's für möglich Ein Vertreter, der wirklich nicht gemogelt hat Der ist bestimmt noch unterwegs Er wird sämtliche Gefängnisse abklappern Wir müssen nach ihm suchen, bis wir ihn gefunden haben Und dann drehe ich diesem Longneck auch seinen langen Hals um Was gibt's zu schnauben, Hesel? Sobald ich einen Huf aus dem Gefängnis gesetzt habe, überfällt mich furchtbares Heimweh Deine Tage sind gezählt, Luke Früher oder später mach ich dich fertig Du wirst es erleben Wir stehen unter Beschuss, volle Deckung Jetzt reicht's mir aber, Kampfhandlungen einstellen, ich hab die Schnauze voll Der Panzer ist doch ein Schuss in den Ofen, Mann Ich, General George Custer, konstruiere dieses wundervolle Kriegsgerät Und ihr Pfeifen baut mir eine Blechschüssel, die beim ersten Holpern auseinanderfällt Nur keine Aufregung, General, wir werden einen aus stärkerem Metall bauen Hat da eben jemand Metall gesagt? Meine Herren, das ist ein Glückstag für Sie Zufälligerweise bin ich nämlich Experte für Metall Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen eine Legierung anzubieten, die neu und absolut unzerstörbar ist Ich bin Theodore Kuh-Longneck Durch die Verschmelzung mit der gemeinen Gartenbohne habe ich das weltweit erste unzerstörbare Metall geschaffen Interessiert mich, erzählen Sie mir mehr davon Wir werden doch einen Weg finden, wie wir hier rauskommen Du meinst fliehen? Und ohne Joe? Wie soll das gehen? Er ist das Gehirn der Truppe Ihr vergesst meine übernatürlichen Kräfte, Jungs Ach, wenn doch Joe da wäre, er würde ihm jetzt einfach eine reinhauen Ich bin der große Daltoni, huja Tja, ich gebe dir den Befehl, öffne dich zugleich Hm, hörst du etwas schlecht, ja? Tu, was ich sage und öffne dich Aua Aua Seht ihr, ich habe sie dazu gebracht, sich zu öffnen Ich wusste, dass ich es kann Da bei euch ein Bett frei geworden ist, habe ich euch einen neuen Zellengenossen mitgebracht Hey, was gucken ihr mich so an? Oh, das biegs Seht doch nur, ich habe mich dank meiner Kräfte in ein Nadelkissen verwandelt Wir finden die beiden sofort, wenn wir den Hufspuren folgen Oh, Joe, das hat bestimmt wehgetan Quatsch ab, Lucky Lucky, krieg dich schon noch Meine Brüder haben sicher schon Witterung aufgenommen und folgen uns Die gehen dir an den Kragen, wenn du es am wenigsten erwartest Den Hufspuren folgen ja tolle Ideen Ja, und, ich habe einen Fehler gemacht Was soll's? Hört auf euch zu prügeln, wenn ihr wissen wollt, wo Joe ist, braucht ihr doch nur mich zu fragen Ich nutze einfach meine Kräfte Seht ihr, ich habe schon eine Vision Und ich sehe unseren Joe Er ist in einer schwarzen Wüste allein, Mutterseelen Ja, das ist Bruder Joe, kein Zweifel Juhu, Joe, ich bin es, Everell Jetzt lacht er und zwickert mir zu, Jungs Du redest mit deinem Spiegelbild, Idiot Wir bleiben nicht, keine Angst Wir fragen nur, ob Longneck da gewesen ist Wir sind überbelegt Wir suchen Theodor Longneck, einen Vertreter für Handschellen Ist mir Wurscht, wen ihr sucht, macht das hier, wer kommt, Mann? Jetzt, wo sie sagen, fällt mir es ein Der ist vor ein paar Tagen vorbeigekommen Ist dann in Richtung Westen weitergezogen Tolle Kopfschmerztabletten dabei Wir werden die ganze Nacht durchreiten müssen Soviel zu meinem Schönheitsschlaf Joe, Joe, Joe Pssst, geht's nicht noch ein bisschen lauter, wenn uns nun jemand hört? Joe Joe, wo bist du? Joe, hallo Joe Joe Die Höhle ist wie gemacht für uns Hier wird uns bestimmt niemand suchen Hey, fühlt ihr das auch, Jungs? Hier liegt eine dicke Felldecke Na, die wird uns schön warm halten Oh, aber an dem Ende fühlt sie sich ganz nass an Deine Felldecke war ein Bär, du Armleuchter! Was für eine ruhige, friedliche Nacht, Joe Lass nur, ich krieg dich, Lucky Luke Keinen Schritt weiter! Stehen bleiben! Hallo, Väterchen, ich suche einen gewissen... Hä? Sind Sie wirklich Lucky Luke zu Besuch in meiner armseligen Hütte? Oh, Sie kennen mich? Ich bin Ihr größter Fan, Mann Ich habe alle Ihre wilden Abenteuer verfolgt Eine Schleimerei Sehen Sie mal da am Kamin Eine Sammlung mit Bildern von Ihnen Mr. Luke, Sie machen mich zum glücklichsten Menschen Wenn Sie mir ein Autogramm geben Schreiben Sie für Frank Cornett Das bin ich! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Hank Ich bin nur ein armer, einsamer Cowboy Geben Sie mir trotzdem ein Autogramm, ja? Aber sicher doch, gerne Komischer Vogel, Ihr Freund Ach, nicht so schlimm, ich hab mich dran gewöhnt Und ich gebe nicht auf, früher oder später wird das schon klappen Und was diesen Longneck angeht Er ist vermutlich in Strangstadt Aber Vorsicht, viele, die dahin gingen, sind niemals wiedergekommen Danke, Hank Dann wollen wir mal, Joe Viel Glück Du wirst es brauchen Ah, Strangstadt Hinrichtung durch den Strang stündlich Also, benimm dich, Joe Die Leute hier scheinen nicht viel Spaß zu verstehen Hallo Leute, mein Name ist Joe Dorton Sie haben bestimmt von mir gehört Ich bin ein schlimmer Krimineller Ja, so ist es Ich und mein Komplizie hier sind heute früh ausgebrochen Sag mal, spinnst du? Wenn sie dich für meinen Komplizen halten, werden sie dich hängen Ja, und wenn sie dich aufgehängt haben, bin ich dich ein für allemal los Jetzt hör mal, Joe Wenn ich dein Komplize bin, bist du auch meiner Und wenn sie mich hängen, hängen sie dich mit auf Wie, bitte? Halt stehen bleiben Ihr bekommt einen fairen Prozess, bevor wir euch aufknirpen Nun mal langsam, Sheriff Das stimmt nicht, was der Knirps sagt Ich bin in Wahrheit Lucky Luke Macht nichts Ich bin in Wirklichkeit ja auch Königin Victoria Ich wusste es doch, ich hätte im Gefängnis bleiben sollen Weg ist er, dabei hat dich so eine schöne Schlinge geknüpft Alles okay, Joe? Nichts ist okay Ich bin am Ende Aber lass nur, ich krieg dich trotzdem noch Lucky Du hattest doch nicht etwa Angst, hm? Wer redet von Angst? Ich war in Panik Ich tue gern so, als würde ich was schnabulieren Wer will ein Hühnerbein, hm? Hör auf, du treibst mich in den Wahnsinn Riecht dir auch, was ich rieche? Was denn? Das kann nur Kartoffelgrateng sein Folgt mir! Such, Averill, such! Aus, Averill, mach Sitz! Ich frag mich, wo Longneck steckt So wie ich dich erledigt hab, kommt er sofort an die Reihe Hilft Kartoffelgratarr gegen Kopfweh? Los, pirschen wir uns näher ran Sag mal, wenn du ein Metall erfindest, das angeblich unzerstörbar ist, was machst du damit? Ich würd mir daraus einen Panzer bauen und dich platt machen Du könntest dann rumballern, so viel du wolltest Ich würde dir doch den Hals rumdrehen Ein Panzer? Das ist es, die Armee! Sattel die Hühner, Joe! Okay, wir haben sie gefunden Wie geht's weiter? Nicht aus den Augen lassen und auf ne Chance warten Auf den Steinen waren noch Reste vom Kartoffelgrateng Und wenn ich so bedenke, dass ich verwandt bin mit ihm? Hallo, Soldat! Hm? Mein Name ist Lucky Luke, ich suche einen Mann, der Handschellen verkauft Und ich hab Befehlen, ihn mal reinzulassen, also verschwindet! So was passiert einem, wenn man nicht Bitte sagt Alarm! Überfall! Attacke! Lucky Luke? Sind Sie sicher, dass es Lucky Luke war? Ich kenn den Mann ja nicht, aber er hat's behauptet Er fragte nach einem Mann, der Handschellen verkauft Ich glaub, ich träume! Das darf nicht wahr sein! Immer wenn ich einen genialen Plan ausbrüte, kommt dieser verfluchte Cowboy vorbei und macht es kaputt! Das Leben kann ja so gemein sein! Beruhigen Sie sich, er hat gewiss keinen Verdacht geschöpft Glauben Sie, mein neuester Plan ist nämlich sehr raffiniert Ich marschiere mit unzerstörbarem Kriegsgerät in Grönland ein Erobere im Fluge Kanada und kandidiere für das Amt des Präsidenten von Amerika! Irgendwas sagt mir, dass Longneck hier drin ist Und ich bin wild entschlossen, ihn zu finden Und ich werde dich wild entschlossen umbringen! Ja, was zum... Oh nein! Feierabend, mein Junge! Es gibt so Tage, da läuft aber auch alles schief Ich bringe Ihnen jetzt Chili, Mr. Longneck, mit scharfer Tabasco-Soße, wie Sie's mögen Also, Everill, dann heb uns mal drüber Dafür hat der liebe Gott mich groß gemacht, damit ich euch immer hochheben darf Mr. Longneck nehme ich an Mein Name ist Lucky Luke, das ist Joe Dalton Ich flehe Sie an, helfen Sie mir! Kasta ist total übergeschnappt Er zwingt mich für ihn, unzerstörbares Kriegsgerät zu bauen Hat man je sowas albernes gehört? Wer braucht denn schon Panzer, solange es Handschellen gibt? Da wir davon sprechen, haben Sie den Schlüssel dafür? Tut mir leid, man hat mir alles abgenommen, was ich bei mir hatte Mir scheint, das war's, das löst unser Problem Ich glaub es nicht Diese Tabasco-Soße hat's wahrlich in sich Wir ziehen ab Joe? Joe? Jetzt zeig ich ihm, was ne Hake ist, dem kleinen Liebling Hey Sie, wo ist denn hier die Brände? Haben Sie das eben gehört? Warum wackelst du so? Bleib ruhig stehen, Mann Noch ein knapper halber Meter Das ist ja ulkig, bin ich mir das nur ein Oder geht's wirklich rückwärts? Mein Panzer, er ist verschwunden Ich hab schlechte Nachrichten für Sie, General Meine unzerstörbare Legierung hat eine Schwachstelle, wie man so sagt Bei Berührung mit Tabasco-Soße schmilzt sie Kein Grund zur Besorgnis, General Ich glaube kaum, dass die Eskibus Tabasco-Soße kennen Dennoch befehle ich, sämtliche Flaschen davon werden erschossen Ich daneben ist auch vorbei Aber nächstes Mal mach ich ihn fertig Ich hab dich vermisst, Joe Uns hast du auch gefehlt, Joe Da ich, wie ihr wisst, der große Daltoni bin Sage ich voraus, dass es im Gefängnis Kartoffelbrei für alle geben wird Everett, Heidi Klappler I'm a bold, onsome Cowboy Star Wars Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihre Heimatstadt, ein halbes Jahr lang gab es hier keine Beerdigung Und das Syndikat zeigt sich darüber ziemlich besorgt Wir wollen wissen, weshalb in Koffingalch keiner mehr den Löffel weglegt Das kommt alles bloß durch Lucky Luke Lucky Luke? Ja, ursprünglich hatte man ihn nur angeheuert, um beim Viehtrieb auszuhelfen Nur wenn dieser Mann sich irgendwo festsetzt Hat Freund Hein keine Chance mehr, Sie verstehen? Klingt, als wäre dieser Lucky Luke ein echtes Problem Aber ich kenne einen Mann, der das regeln kann Darf ich vorstellen? Mortimer Deadflower Er hat bei fast allen Beerdigungsinstituten gearbeitet Seine Leichen waren immer die schönsten Das stimmt, es gab nie Reklamationen Oskar, ich bitte dich, guck nicht zu fröhlich drein Alter Spielverderber Erzählen Sie mir von Koffingalch Gibt's da keine Feindseligkeiten? Nicht mal hin und wieder eine Schlägerei? Sicher, die gibt es Nur leider verträgt man sich bald wieder Und wegen diesem Lucky Luke liegt Ihr Geschäft in der Agonie Seit dieser Mann in der Stadt ist, habe ich nichts mehr verkauft Keinen einzigen Sack Dabei macht mir der Beruf doch solchen Spaß Keine Sorge, Barnaby Wir hauchen dem kränkelnden Gewerbe wieder Leben ein Hallo Oh, schön dich zu sehen Ist ja wirklich abstoßend, wie lustig hier alles sind Ja, ich weiß Aber in diesem Café lässt es sich nun mal gut leben Wir werden bald mitkriegen, dass es sich hier auch sehr gut stirbt Oh, wo kommt der kalte Luftzug her? Ob Oma, Opa, Junge Mädchen, McBeam sorgt für ein sauberes Städtchen Na, ist das ein Wahlkampfslogan, hä? Den muss ich jetzt bloß noch unter die Leute bringen Hört ihr Leute Nächsten Sonntag findet hier mal wieder die Wahl zum Sheriff statt Es steht praktisch fest, dass Bobby gewählt wird Er ist nämlich der einzige Kandidat Oma, Opa, Junge Mädchen, McBeam sorgt für ein sauberes Städtchen Nur ein Mann, Gott, wie langweilig Ein Wahlkampf mit zwei Kandidaten wäre tödlich Die wären nur halb so lustig, wenn man ihnen flüstern würde, dass auch sie sterben werden Ach, hier hat's niemand besonders eilig zu gehen Ob sie's eilig haben oder nicht, danach wird nicht gefragt Irgendwann sind wir alle dran Auch sie, Fremder Mortimer Deadflower, darf ich bekannt machen? Lucky Luke Luke, das ist mein Kollege Mortimer Deadflower Er ist eine Suchsweise hier, um mir zu helfen Das lahmende Geschäft hat wir nicht anzukurbeln Und jetzt wollen wir was trinken, Barnaby Leo, du wartest draußen Ich sitz viel lieber hier oben in der frischen Luft In Celun ist mir immer viel zu viel Gedränge Das ist ja zu eng, meinst du Ja, was glaubst du, wie eng es in einer Holzkiste zwei Meter unter der Erde ist? Ein Celun ist nicht der schlechteste Ort, um auf Kundenfang zu gehen Bild ich mir das nur ein? Oder ist es ja plötzlich kalt geworden? Na, Barnaby, ein Bierchen für dich und deinen Freund? Nein, wir wollen Tee Wir haben noch zu arbeiten Schön wird's Jetzt mach dich auf was gefasst Drei Einzel, wie du siehst Entschuldig, aber das reicht mir nicht Voll Haus Aber hallo Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, du Mogelspil Noch zweimal von den gebratenen Rippchen geht auf meine Rechnung Rippchen, komm sofort Das sind Beefcoat und John Futhmalf, die mit dem meisten Vieh in der Gegend Hier ist der Tee, die Herren Sie scheinen sich dabei ja nicht tot zu arbeiten Da wir vom Tod sprechen, wie soll das Geschäft denn angeheizt werden? Indem ich auf Kundenfang gehe, ein Kinderspiel, wie sie gleich mitbekommen werden Was, wer hat mein Bier ausgesoffen? Ja, was? Wie kann ich? Das hättest du bleiben lassen sollen, Jerry Wo der Revolver knallt, wird keiner alt Wozu Pistolenrauch, ein Faustschlag tut's auf So macht er das immer, wenn es losgeht Das ist ja ekelhaft Sie sorgen, wie ich sie für Recht und Ordnung im Saloon Dass es möglichst friedlich bleibt, würde ich sagen Ah, der Frieden, welch liebliches Wort Wieso sehe ich an ihrer Brust eigentlich keinen Sheriff-Stern? Weil ich nicht der Sheriff bin Das wäre nicht schlecht, finden Sie nicht? Ja, man hat recht, Luke, warum kandidieren Sie nicht? Das stimmt, Bobby hat langsam Fett ran gesessen Opa, opa, junge Mädchen, McBean sorgt für ein sauberes Städtchen Wir müssen weiter, Barnaby, hier gibt's bald reichlich zu tun Den berühmten Cowboy zum Sheriff zu haben, das wäre doch was für ihr Städtchen, oder nicht? Warum sagt er sowas? Er liebt üble Scherze Ist das nicht ne tolle Neuigkeit, dass Lucky Luke sich für den Posten des Sheriffs bewirbt? Hast du was mitgekriegt? Lucky Luke nicht Und Propaganda ist immer ne prima Reklame Aber nichts geht über ne gute Plakataktion Da habt ihr es schwarz auf weiß Er will also wirklich Sheriff werden, oder vielleicht gar nicht so schlecht für die Stadt Und mir erzählen Sie, Sie wären ein armer, einsamer Cowboy Sie meinten, nach dem Viehtrieb ziehen Sie gleich wieder ab Alles war gelogen Hören Sie, ich hab mit den Plakaten absolut nichts zu tun Ah, hören Sie auf Glauben Sie bloß nicht, dass ich mir das noch länger anhöre Dann sagst du den Männern Haben Sie das eben gehört? Der Mann sagt, ihr Gesicht sieht aus wie der Hintern von ner Kuh Aha, mein Gesicht sieht also aus wie der Hintern von ner Kuh Wenn du es sagst, Tank Aber Jungs, ihr wisst doch, wo der Revolver knallt, dann... Das wär's noch, dass Sie sich einmischen Hier sorge ich für Ordnung und so wird es auch bleiben Sie haben da was in den falschen Hals gekriegt, Bobby Die sollen bloß denken, ich käme mit meinem Job nicht klar Und wenn Sie noch weiter Unruhe stiften, nehme ich Sie fest wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen Da wird hier gelabert und inzwischen erschießen wir sich Da sehen Sie's, ich bin die Arbeit schon nicht mehr gewohnt Jetzt bloß nicht nachlassen Das Geschäft ist kurz davor anzuziehen Ich spüre es in sämtlichen Knochen Ärgerlich, nicht wahr? Diesmal brauchen die Sie noch nicht Was für ein Jammer und wie schade für Sie Ich hätte Mengenrabatt gewährt Na wenn schon, die Zeit arbeitet für mich Da wär ich mir nicht so sicher Na, wie ist es? Alles paletti, in ein paar Stunden ist der Spuk vorbei Ich höre, haben Sie Ihren nächsten Job auch schon so gut wie sicher? Sie kandidieren für den Posten des Sheriffs, stimmt's? Was? Das glauben Sie doch nicht etwa Aber klar doch, die Gerüchteküche brummt ja nur so Wie kommt der Mann darauf, dass da was brummen soll? Zielen, Barnaby, zielen! Tue ich ja, aber dieses Rindvieh macht seinem Namen alle Ehre Das haben wir gleich So einfach war das Wir haben die Kuh geklaut und ihr ein falsches Brandzeichen verpasst Und jetzt warten wir darauf, dass der Krieg zwischen den Viehzüchtern ausbricht Ein Krieg, meinen Sie? Aber da könnte jemand zu Schaden kommen Na, hoffen wir's Sheriff McBean, Bill Beefcoat hat mir eins meiner Rinder gestohlen Aber John, Bill hat genug eigene Weshalb sollte er dir eine Kuh stehlen? Weil er ein gehängter Hund ist und ein Dieb Guck's dir an! Nein, ich mische mich nicht ein Der Lup macht einfach sein Brandzeichen über meins Ich halt mich da raus, ich halt mich da raus, ich halt mich da raus Na gut, ich riskiere einen Blick, aber das ist es dann auch Jolly, wir reiten aus Hast du mich gerade genannt, was ich glaub, was du mich genannt hast? Ich hab dich einen miesen kleinen Viehdieb genannt, Beefcoat Kein Grund ausfällig zu werden, hört ihr Und ich sag dir, was du bist Du bist ein, ähm, erbärmlicher Vegetarier Niemand nennt mich ungestraft Vegetarier Dass du es gesagt hast, bereust du Ja, was wird denn nun? Da braut sich was zusammen, Jolly Die Geier fliegen sehr tief Dein Boss ist ein Falschspieler Und deiner ist ein Gemüsefresser Football Gang, zeigt den Bandit, wo der Hammer hängt Beefcoat Gang, wir schweißen dieses halbverrottete Gemüse auf den Mist Hört sofort auf zu schießen, das ist ein Befehl Mit dem Befehl, das war gar nichts Gut zu reden, wäre besser gewesen Ich fang an, diese kleine Stadt zu mögen Sie meinen, es läuft alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Natürlich, Barnaby Als nächstes starten wir die Werbeaktion Schieben Sie es nicht bis zum letzten Moment vor sich her Kaufen Sie Ihren Sarg jetzt und bezahlen Sie ihn später Das Geschäft scheint sich zu beleben Jetzt kaufen, morgen könnte es zu spät sein Es war nicht meine Idee, Mortimer wollte, dass ich die vielen neuen Sarge mache Und ich wette, er hat auch schon eine Idee, was die Belegung betrifft Ein bisschen hinderlich wird sein Kommen Sie Probe legen, Luke Nein, ich wollte mich nur ein bisschen umsehen Beehren Sie uns nur bald wieder, ade Die sollen aufhören, sonst sind wir am Ende alle tot Tut mir leid, Bobby ist der Sheriff Sofort aufhören im Namen des Gesetzes Wir versprechen auch Sie zu wählen, aber jetzt unternehmen Sie was Ich kandidiere nicht Was uns da alles verloren geht Wer konnte ahnen, dass Sie so miese Schützen sind Ich würde sagen, nun reicht es Es gibt keine Schießereien und dummen Gerüchte mehr Ich bin am Ende meiner Geduld Hab ich mich klar ausgedrückt? Und denk dran Ob Oma, Opa, junge Mädchen Ach, was hört ja doch keiner hin Bobby, ich verlange, dass du Futmas Leute festnimmst Die haben meine Angestellten überfallen Das ist eine Lüge Wenn du jemand einsperrst, dann sind das natürlich Beefcoats-Männer Die haben nämlich das Feuer eröffnet, verstehst du? Bobby, wenn du das nicht in die Hand nimmst, werde ich es tun So einfach ist das mit dem Einsperren nicht Ich muss erst Ermittlungen anstellen, dass ich weiß, wer angefangen hat Es waren seine Leute Jetzt hört mal, ihr zwei Kampffähne, wenn ihr nicht so kommt Ich bin hier verantwortlich für alles Ähm, endes Monats werde ich ein paar Zeugen befragen Vergiss es Bobby, bis dahin bin ich nämlich Sheriff Und werde mit dem kurzen Prozess machen Daraus wird nichts werden, weil ich auch kandidiere Und so wie ich gewählt bin, schmeiß ich dich mit einem Lumpenpack ins Gefängnis Nein! Mir ist bei der Sache gar nicht wohl Dank uns werden sich zumindest die beiden bald auf ewig wohl fühlen Ich weiß, was du denkst Und ich weiß, dass du weißt, was ich denke Und wir werden beide nicht zulassen, dass Mortimer Dertflauer die Stadt in einen einzigen Friedhof verwandelt Ihr habt mich verstanden, Männer? Den Valditen gegenüber gibt's kein Pardon Aber zu den Wählerinnen und Wählern sind wir ausgesprochen nett Kein Mitleid mit Beefcodes-Männern, aber den Bewohnern der Stadt schenkt ihr ein Lächeln Lass es mich sehen Boss, haben wir denn auch ein Programm? Ein was? Ich hab's woanders gesehen Es sind so Zettel, die der Kandidat verteilt und wo was draufsteht Was du nicht sagst Da hab ich aber was Besseres als Papier Wer Funtmaut zum Sheriff wählt, wird sein Programm der Güte Klasse A bekommen Ihr verteilt Rouladenfleisch, dann werden wir ihn schlagen mit unserem Schmorrippenprogramm Gebt eure Stimme, Beefcode Er hat das härteste Programm der Stadt, das euch auf der Zunge zergehen wird Du hast nicht zufällig zum Rouladenprogramm ein Kartoffelprogramm? Beefcode wird Sheriff Wählt Funtmaut Ich werde keinen Cent mehr verdienen, wenn die Kandidaten Fleisch verschenken Satteln Sie auf Vögel um, genug Geier sind doch da Kann ich behilflich sein, Madam? Sie wollen doch Beefcode wählen Nein, nein, Ihr Mann ist Funtmaut Sie gestatten? Ich hab Sie zuerst gesehen Hey, was verlaufen Sie sich? Lassen Sie mich los! Ähm, wären Sie so freundlich, mir zu... Was ist bloß mit dieser Stadt los? Gleich von drei Kerlen hintereinander wird man belöst Und hier nochmal unser wöchentliches Angebot Zehn Prozent auf alle Serien und ein Gratiskranz obendrauf Und der Mengenrabatt ist zum Sterben schön Hat Dad Flower Sie dazu überredet? Ob er, naja, sagt es Lucky Luke, Vorsicht! Barnaby, Sie haben zwar einen Kunden verloren, aber einen Freund gewonnen Nein, Barnaby, Liebe Sie müssen unbedingt ausspannen Sie arbeiten einfach zu viel Hey, John, Funtmaut! Beefcode ist euer Mann! Nicht umfallen, wo das Geschäft anfängt zu boomen Herr Luke, nehmen Sie meinen Stern Nur Sie können diesem Irrsinn hier ein Ende bereiten Ich gehe in den wohlverdienten Ruhestand Was soll das, Bobby? Behalten Sie Ihren Stern, ich wollte ihn nie haben Alle haben's behauptet Was glauben Sie, woher das Gerücht stammt? Der Leichenbestatter Ja, ich denke, dass wir seinem üblen Spiel ein Ende bereiten Wir werden die Sache ein für allemal regeln, John Ja, das werden wir, Bill Wenn ich und meine Jungs mit euch fertig sind, habt ihr eure ewige Ruhe Das wäre unsere mit Krebsfell bespannte Ausführung wilder Westen Wo der Revolver knallt, wird keiner alt Der Typ hat ein Talent dafür, einem die Kundschaft zu vergrauen Hey, Luke! Sie wissen doch, ich bin der Einzige hier, der dem Gesetz Gehör verschafft Sie haben doch alles versucht und es nicht geschafft Überlassen Sie das mal einem Profi Zwingen Sie mich nicht, Sie zu verhaften Niemand sagt Lucky Luke, was er tun soll Hey, wie könnt ihr mitten in unser Duell platzen? Den Revolver lassen wir schön stecken Das wird die Beerdigung des Jahres, Barnaby Eine beneidenswerte Leiche Oh nein, nicht der Einzige, der mir je die Hand reichen wollte Der Einzige Mann, der mich jemals Freund genannt hat Und nun von uns gegangen bin Für immer Und alles ist meine Schuld Stimmt doch gar nicht, der da ist schuld Dad Flower steckt hinter allem Er hat hier Unfrieden gesät Er hat auch das Rind gestohlen, jawohl Na, na, Barnaby, jetzt wollen wir mal nicht sentimental werden Mein einziger Freund, Dad Flower, hat ihn mir geraucht Barnaby, Sie holen mir ja das ganze Hemd Der Kerl lebt aber nicht mehr lange Na, wie war ich? Besorgt für den Schweinehund, Teer und Feder Ich hab immer gewusst, dass du kein Viehdieb bist, Bill Und ich hab dich nie für ein Vegetarier gehalten Wie wär's mit dem Schatzprogramm, wenn das hier vorbei ist Aber mit Vergnügen Lebendig kriegt ihr mich nicht Komm raus aus der Kiste Ihr könnt mich ja rausholen, versucht es Das ist unser Hochsicherheitsmodell Innenverriegelung mit zwei Querriegeln Oh, ich weiß, was wir mit ihm machen Und von den Galgenvögeln will ich auch keinen mehr in der Stadt sehen Ausgenommen, Oskar Das feiern wir mit einer Grillväte, kommt alle mit! Ja! 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 Wo ist Lucky Luke? Es sind immer die Besten, die zuerst gehen I'm a full lonesome cowboy Ja! 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 Ich hab mich mit dem